Hallo, hier spricht Jean-Claude van Dammo und ihr hört Deep Red Radio. Wir werden ihm in drei Jahren nachkommen. Jede Folge einzeln, Recap. Wir sitzen hier gemütlich abends zusammen und feiern so halb Geburtstags-Nachwehen der dritten Woche und Einweihungsfeier und es gab Gulasch mit Paprika, Tobi hat sich gefreut. Was kommt denn in dieser Show alles dran? Ich frag mal in die Runde, Benedikt, greif mal das Mikro, sag mal was du als Fundstück dabei hast. Ich habe als Fundstück dabei nicht viel. Ich bin nur echt irritiert, dass in dieser, was heißt das, Schrot- und Kornzeitschrift, ist das ein Giveaway für umsonst? Ja, hier um die Ecke gibt es einen Biomarkt, da kaufen wir manchmal in letzter Zeit einmal zu oft die Woche irgendwie ein bisschen was ein und da gibt es das als Giveaway, ja. Auf jeden Fall tut der Tatort-Kommissar Felix Klare darin irgendwas über Bionahrung erzählen und als Beilegblatt gibt es irgendwas, was ich nicht verstanden habe mit Oswald Kolle. Also es ist sehr spannend, dass er die Ausgabe… Da müsste eigentlich draufstehen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, es ist auch von Schulmädchenreport. Also ja, interessant. Was Max in der letzten Einleitung schon angekündigt hatte, dass wir nochmal über die Kinopremiere von Phonomanie sprechen in Meißen. Dazu will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Da wurde letztes Mal so viel gesagt und jetzt wird noch mehr dazu gesagt. Aber anders. Genau. Und ich bin ganz schnell, weil ich war im Kino mit meinem Sohn, das kommt ja in letzter Zeit nicht mehr so oft vor, wir haben uns schon das Scharf-Ufo-Alarm angeguckt. Ich kann nur sagen, super animiert, witzig, kann sich jeder angucken und hat wieder die typischen drei bis vier Gags dabei, die die Kinder nie checken werden, weil es halt Kubricks Monolith aus 2001 irgendwie ständig zitiert. Und war ganz lustig. Und E.T. wird auch zitiert, wo sie dann statt einem Fahrrad, was sie sehen, mit einem Müllcontainer an so einem Mondbild vorbei und dann kurz stehen bleiben. Ja, witziger Film. Im Grunde genommen haben wir eigentlich bloß eine Besprechung aus dem Home-Entertainment-Bereich, speziell Arrow-Video. Darauf geht es um Nightpoint. Ansonsten haben wir eigentlich nur diesmal Kino, Kino, Kino dritte. Wir sind diesmal ein Kinomagazin. Gab es schon lange nicht mehr. Und wir sprechen über das perfekte Geheimnis, die träufzigste Auflage, die Wache, Parasite, der Leuchtturm und Dr. Sleep. Genau, und wenn jetzt jemand doch noch einen kleinen Heimkino-Tipp braucht, habe ich den Jungs auch schon angeteasert und ans Herz gelegt, einfach mal den neuen Eddie Murphy zugucken, nämlich Dolmite is my name. Da spielt dann Wesley Snape auch noch mit und noch eine ganze Handvoll anderer eher aufstrebender schwarzer Darsteller, die die wahre Geschichte, jetzt weiß ich, komme ich gar nicht auf den Namen, aber eines sehr einfallsreichen Musikers, Filmemachers, Geschäftsmann dort nachgestellt haben, der in den 70er Jahren, ganz in unserem Sinne, dann auch später seine Comedy-Sketches verfilmt haben wollte in einem Titel, wo er halt vor allen Dingen Gewalt und Sex ziehen sollte für ein Publikum, was nicht gerade verwöhnt war mit Filmen, die für dasselbe gemacht waren und auf jeden Fall eine wunderbare Wohlfühlgeschichte für alle Filmliebhaber, die gerne selber was machen. Also Sex und Gewalt jetzt oder wie? Nee, Filme drehen. Ohne Mittel, egal was kommt, sich selber verwirklichen, egal was dabei rauskommt dann. Und ich möchte auch nochmal kurz auf den Hinweis nochmal geben bezüglich der Tagung im Januar in Regensburg zum Thema, das war die DVD oder das ist die DVD und wir haben immer noch unseren Fragebogen, ihr könnt noch bis Mitte Dezember ausfüllen, würden uns freuen, es haben schon über 100 Leute mitgemacht und waren fleißig, ihr könnt euch da quasi anschließen. Eine Sache, auf die ich noch eingehen wollte, ist am 15.02.2020 spielend Claudio Simonetti's Goblin in der Leipziger Peterskirche und vertont dort live Dario Argento Suspiria. Ein Abend zuvor gibt es dann im Luro-Kino das 2018er Remake im Beisein des Regisseurs, wie ich erfahren habe und mit einem Vortrag von Dr. Markus Stiegleger. Das Ganze wird in Kooperative mit Randfilm und Swansea Constellation ermöglicht und wir werden dort wahrscheinlich auch vor Ort sein und dann mit den Jungs von der Nostromo-Verschwörung den Event begleiten. Ansonsten erwartet euch dann im Dezember noch ein paar Sachen, zum einen zwei Interviews, die wir auf dem Hardline 2.19, da wollen wir jetzt mit starten und dann kommen wir noch zum ersten Teil unserer quasi Cyberpunk-Reihe und da beschäftigen wir uns speziell im ersten Teil mit Philipp K. Dick und dem dunklen Kino nahe dem Tannhäuser Tor. Bei dem Kino vom Tannhäuser Tor, würde ich kurz erzählen, wollen wir über Blade Runner nochmal sprechen, über Blade Runner 2049, du über die drei Kurzfilme zu 2049, über Soldier, Star for Soldier, der im selben Universum spielt und über Moon. Und dann halt nochmal im Allgemeinen über das Kino, was sich dann noch angeschlossen hat mit Minority Report, AI, Scanner Darkly, all die Sachen, die werden wir nochmal kurz ansprechen. Ja, und damit leiten wir jetzt über ins Kinoprogramm. Wir waren im Kino, der Benedikt und ich diesmal getrennt, aber wir haben uns verabredet, dass wir das heute gemeinsam, das Gesehene, besprechen können. Und zwar natürlich, Tobi hat gesagt, ich muss den deutschen Titel regelkonform aussprechen, nämlich Stephen King's Dr. Sleeps Erwachen. Hatten wir uns ja schon mal darüber geäußert, wie gut wir das finden, diesen grammatikalisch-künstlerischen Lingualkniff. Ich wollte noch was erzählen, ich habe den Film gestern geguckt, also wir nehmen jetzt gerade hier am 28.11. auf. Ich war in einer 17.05 Uhr Vorstellung bei uns im Rundkino direkt nach Arbeit. War auch der Einzige im kleinen 64-Personensaal. Habe ich lange nicht mehr gehabt, so einen Film alleine zu gucken, das erinnerte mich an frühere Freitaler Zeiten, 90er Jahre. Kleineres Kino noch, da lief die Rolle dann gerne mal nur für mich, was aber halt spannend war, ohne dass der Film jetzt übermäßiger Nerven zerreißender Schocker ist, dass dann halt so mitten im Film kommt auf einmal jemand rein, so ein älterer Mann, wirkte leicht verwirrt, setzt sich hin, so drei Plätze neben mir, sitzt da fünf Minuten und geht wieder raus. Ich habe so getan, als ob es mich jetzt nicht tangiert. Das war bei mir auch. Konzertskino. Hast du auch im Rundkino? Nein, siehst du, es ist in jedem Kino so. Genau, und ja, ich hatte vorher mich überhaupt nicht informiert, wie lang der Film ist, war dann angenehm überrascht, entsetzt, dass er tatsächlich mit zweieinhalb Stunden sogar die Langfassung von Shining, um da jetzt mal überzuleiten, toppt. Und wenn man jetzt nochmal weiter ausholen will, ist es ja die Dekaden später kommende Fortsetzung zu Shining, und die natürlich auch Stephen King an sich verfasst hat, weil ja immer mal wieder zwischendurch gefragt wurde, Mensch, das ist doch eigentlich eine Figur der Danny Torrance, also der kleine Junge, der das alles, die Eskapaden seines Papas, gespielt von Jack Nicholson, dort übersteht. Also in dem Film von Stanley Kubrick dann wieder. Wir wissen alle, haben wir schon viel besprochen, dass der wegen der Umsetzung Stephen King an sich gar nicht so gut gemundet hat, weswegen er dann nochmal später als Produzent diese Fernseh-Zweiteiler oder Vierteiler, Zweiteiler, keine Ahnung, gemacht hat, der viel näher an der Buchvorlage dran war, aber natürlich filmig an sich, auch aufgrund der mangelnden Mittel nicht mit der Vision von Kubrick, da mithalten konnte. Und jetzt hat dann halt 77 entstand das Buch, 80 war die Verfilmung damals, und jetzt 2012 kam dann dieser Dr. Sleep, wie auch hätte der Film eigentlich heißen können, keine Ahnung, warum er dann bei Warner diese Faxen machte, Warner Deutschland, den hat man dann 2019 gedreht, oder zumindest kam er 2019 in die Kinos, passt halt von der zeitlichen Abfolge auch im Film nicht mehr ganz, ist aber auch alles nicht so schlimm. Und wir haben halt den Danny Torrance, damals irgendwie 5, 6 Jahre alt, und jetzt halt entsprechend später, er ist in die Fußstapfen seines Vaters so ein bisschen getreten, und hat auch aufgrund der Verarbeitung dieser Ereignisse, die ihm da im Overlock Hotel erfahren sind, auch dem Alkohol ziemlich doll zugesprochen, wird gespielt hier von Ewan McGregor, und ist so, naja, fast schon ziellos durch die USA hin und her, irrennt immer auf der Flucht vor sich selber, bis er dann mal in Frasier ankommt, einem Ort, wo er dann seine Bestimmung findet, nämlich in einem Hospiz, heuert er da an, nachdem er vorher noch anderweitig Job-mäßig Kontakte geknüpft hat, und bekommt damit auch seinen Namen, weil er es irgendwie schafft, ganz ruhig und sachlich und beruhigend Leute hinüber zu begleiten, in das zweite Leben oder das Leben danach, oder einfach schlicht in den Tod, und deswegen halt Dr. Sleep, sein Shining, hat er immer noch so ein bisschen im Gebrauch, macht dann auch eine Entziehung, wird anonymer Alkoholiker, blockt das ein bisschen weg, versteckt das in seinem Kopf, irgendwann kommt das aber zu einer Kontaktaufnahme von jemand anderem, einem kleinen Mädchen, das eine sehr große Begabung in die gleiche Richtung hat, und dann gibt es noch eine dritte Partei, die auch was mit Shining zu tun hat, nämlich eine geheime Organisation, die waren Knoten, die sich vom Shining ernähren, und deswegen ab und zu mal in Amerika Kinder stibitzen. Und das klingt jetzt alles ein bisschen viel, und das war auch so mein erster Eindruck vom Film, dass man auch in diese zweieinhalb Stunden ganz schön eine Menge reingepackt hat. Wie hast du es denn empfunden, ohne diesen Hintergrund, dass du die Bücher jetzt kanntest, sondern einfach nur den Film losgelöst? Also den Film selbst fand ich phasenweise sehr atmosphärisch und spannend, und mit kleinen Zwischenspielen, wo man dann eben drüber nachdenkt, ich gucke gerade einen Film, und so weit darf es da eigentlich nicht kommen. Das heißt, er hat zwischendurch seine ein paar so fünf, zehn Minuten, wo man sagt, so ja, jetzt fehlt ein bisschen der Schwung in der Geschichte, beziehungsweise nicht Schwung, sondern einfach, es hätte schneller vorangehen können, zumindestens zwischen den Szenen, zwischen den Abläufen, die tatsächlich sehr fesselnd sind, gibt es so Pausen, was mich ein bisschen gestört hat. Was den Film jetzt für mich aber nicht grundlegend schlecht macht, weil, oder überhaupt nicht schlecht macht, er hat natürlich, und das ist ganz interessant, dass natürlich Stephen King Kubricks Shining nicht mochte, hier natürlich aber, der der Film als Fortsetzung, natürlich auch von Shining gezählt werden muss, in filmischer Weise, natürlich optisch sehr stark an Kubrick hängt, und eben nicht an dem viel lieber für Stephen King, den Zweiteiler im Fernsehen. Und da musste er sich vielleicht möglicherweise überreden lassen, vielleicht auch nicht, ist bestimmt viel Geld geflossen, ist aber auch egal. Ich finde, dass man die Umsetzung gerade in Bezug auf Shining von Kubrick sehr gut gemacht hat. Wir hatten es auch im Vorgespräch schon, mittlerweile ist ja alles möglich, dass man durch CGI und Verjüngungen von Gesichtern und so weiter, was wir ja auch schon im Marvel-Universe gesehen haben, und auch in anderen Filmen, oder eben auch James Dean, jetzt demnächst vermutlich wieder im Kino, schon erlebt haben. Und hier hat man aber, da ja eben die Darsteller, Shelley Duvall und auch Jack Nicholson, wieder eine Rolle spielen, in der filmischen Umsetzung, nebenbei, hat man hier aber auf Schauspieler gesetzt, die eben nicht verfremdet wurden, digital, sondern einfach denen doch ähnlich sehen. Und besonders bei Jack Nicholson fand ich das sehr interessant, dass man das so gemacht hat. Ja, technisch bleibt der Film dann Gott sei Dank recht schlicht, es ist kein großes CGI-Gewitter, natürlich gibt es auch viele Effekte, aber es ist nicht so überlastend. Und ich denke, das hätte dem Film auch nicht gut getan, weil er ja durchaus eine emotionale Geschichte zu erzählen hat, weil es geht ja auch viel um Leid und Tragik, gerade der Rückblick auf den Alkoholismus des Vaters, der auf den Sohn überspringt. Und der ihn dann auch abzuschütteln versucht, und es ja auch schafft, aber dann auch wieder am Ende damit konfrontiert wird. Ja, also primär fand ich ihn dahingehend gut, aber für mich fehlte so, man kann den Film eben nicht neben Shining stellen, es geht eben nicht, weil Mike Flanagan ist nicht Kubrick, und das will er auch nicht sein, und das ist auch völlig blödsinnig, da irgendeinen Vergleich zu ziehen. Das ist genauso, als wenn man Kubricks 2001 mit Peter Heims 2010 als Sequel gleichstellen würde, wobei mir auch der Sequel sehr gut gefällt. Grundsätzlich muss man sagen, dass man hat ja den großen Vergleich dieses Jahr mit zwei weiteren Adaptionen von Stephen King, obwohl es sich bei den anderen ja um Wiederverwertungen handelt. Da liegt ja die Hürde besonders hoch, dass man schon sagen kann, dass Dr. Sleep auf jeden Fall S aussticht, und Friedhof der Kuscheltiere die neue Adaption sowieso. Was ich ganz gut treffen fand, was ich im Netz gelesen habe, dass einerseits der Film, wie du auch sagtest, an manchen Stellen ein bisschen zu lang ist, an anderen Stellen auch fast wieder zu kurz, und ich würde es mal noch überspitzt sagen, und ich denke, da verraten wir jetzt auch nicht zu viel, dadurch, dass er versucht, die Brücke zu schlagen. Einerseits tatsächlich, ich sage jetzt mal die ersten zwei Drittel des Films, relativ genau, auch wenn er da natürlich Auslassungen machen muss, Dr. Sleep wiedergibt, zum Teil auch szenisch genau dargestellt. Ich habe den Anfang des Buches jetzt nochmal nach fünf Jahren gelesen, also hat es auch genau vor Augen. Da war ich sehr froh. Das hat aber auch schon bei Das Spiel bewiesen. Das ist ja auch von ihm eine sehr getreue Adaption eines Stephen King-Romans, auch lange als unverfilmbar gehalten. Jetzt bei Netflix schon seit einiger Zeit zu sehen und von mir auch schon besprochen. Hinten raus versucht er sich dann aber an diesem Brückenschlag, was dann grundsätzlich natürlich immer noch in den Kontext von Dr. Sleep passt, aber dort versucht er dann einerseits Stephen Kings Roman filmig, ein bisschen verspätet zum Ende zu bringen und natürlich auch an Kubricks Shining anzuknüpfen, dass man auch so ein bisschen für die ältere Generation diesen, naja, so gefühlt diesen Star-Wars-Effekt hat. Einfach was aufgreift, jetzt da nochmal Luke Skywalker oder Han Solo oder wie auch immer einzubauen. Ich fand es einerseits auch schön, dass man nicht mit CGI rumgemeiert hat. Andererseits ist es natürlich trotzdem befremdlich, weil man ja schon erkennt, man ist ja nicht doof, dass da andere Schauspieler dabei sind. Und auch der Danny Torrance, da muss ja in manchen Szenen wird er auch nochmal von einem anderen Kind gespielt, als er jung ist. Sehr gespannt war ich drauf, wie man das mit Doc Halloran löst, weil der stirbt ja in Shining von Kubrick. Im Buch überlebt das ja und spielt ja auch am Anfang von Dr. Sleep wieder eine Rolle. Und im Film taucht er dann tatsächlich auch auf. Das löst Flanagan ähnlich, wie er es schon mit Charakteren auch gemacht hat. in das Spiel. Die, die es gesehen haben, werden jetzt wissen, worauf ich hinaus will. Den anderen verrate ich es in dem Moment nicht. Und das ist schon relativ charmant gemacht. Ich fand vor allen Dingen tatsächlich den Dr. Sleep Teil relativ gut, was auch an der sehr charismatischen Rolle und der sie interpretierenden Rebecca Ferguson liegt, um jetzt hier noch ein bisschen zu den Schauspielern zu kommen. Die spielt diese Anführerin, weil sie so die stärkste ist von diesem Clan mit sehr viel Erotik und Esprit. Müssen wir vielleicht noch mal zu sagen, dass es wirklich eine Bande von bösen Figuren ist, die halt wirklich die guten Menschen, die das Shining haben, aufsuchen, wie du es schon sagtest, um sie halt auszusaugen. Das sind alte Kreaturen, so ein bisschen vampirgleich, die davon letztendlich leben. Und da bietet der Film tatsächlich auch ein paar ... Und Shining, das will ich noch mal sagen, für die, die damit jetzt nichts anfangen konnten, das ist halt eine übersinnliche Gabe, die ziemlich vieles umfasst, also viele Möglichkeiten offen lässt, um außerirdisch, sag ich mal, also nicht menschlich zu agieren, mit Gedanken. Das ist ja auch ein sehr oft genommenes Thema bei Stephen King, ob man da jetzt nur Firestarter nimmt oder einige andere Bücher und dann spätere Verfilmungen, die da ein bisschen mit Telekinese auch spielen. Man müsste sich den Film mit Shining mal noch mal in einer sehr ausführlichen Besprechung zu Gemüte führen, weil der Flanagan versucht natürlich auch eine Menge reinzupacken, wenn man so schon liest, was es da jetzt alles schon gibt, an Referenzen zu anderen Werken von King. Ganz viel dunkler Turm, wenn es nur Nummern sind und irgendwelche Haustüren und das ist schon auch eine Fanarbeit, kann man sagen, sodass man auf vielen Ebenen Spaß an der Verfilmung hat. Auf jeden Fall ein guter King-Abschluss für ein nicht ganz so gut gestartetes Jahr, was so die Adaption angeht, aus unserer Sicht auf jeden Fall eine Empfehlung und die Spaß macht, wenn man sich aber auch ein bisschen in dem Universum auskennt. Funktioniert der Film auch ohne Shining? Mal eine ganz dumme Frage. Hat er auch den so aufbereitet, dass man als Erstsichtung ohne jeglichen Hintergrund oder wird der zu verwirrend? Ich denke, dass man schon dann in dem Fall so ein bisschen mehr an Rückblende hätte vielleicht am Anfang machen müssen. Das hat er ja so ein bisschen. Er geht ja zurück am Anfang direkt nach 1980, aber ist dort nicht so erklärend, dass man jetzt ohne weiteres den Film verstehen könnte. Natürlich kann man auch ganz blauäugig sein und sagen, ja, ich gucke mir das einfach an und da passiert halt was. Ich denke, man wird dann eben in diese neue Geschichte reinsteigen können und auch verstehen können, worum es geht. Aber natürlich macht es allgemein überhaupt gar keinen Sinn, das Ganze ohne Shining zu sehen als Vorwissen. Ich finde gut, Ewan McGregor, generell ein Schauspieler, der eigentlich in jedem Film eine gute Figur macht, sei die Qualität dabei hingestellt. Nicht immer alles ist super, aber ich finde, Ewan McGregor hat immer so einen gewissen Charme, einen gewissen Glanz, auch eine gewisse Rustikalität in sich, die sich lohnt und die man gerne sieht. Also wir hatten das ja auch schon außer besser als John Cusack. Also ich glaube, hätte man ihn heute genommen für diese Rolle, der ja auch mit Stephen King-Verfilmungen viel zu tun hat. Aber den abgehalfteten Alki in der Anfangssequenz hat das vielleicht ganz gut geschafft. Vermutlich, ja, aber irgendwie ist er halt, ich will ja niemandem zu nahe treten, außer ihm. Aber Schauspieler ist halt nicht mehr so sein Ding, glaube ich. Ich habe ja so einen kleinen Nachzähltick eigentlich, aber dadurch, dass der Film später entstanden ist, so sieben Jahre als das Buch, passt das vom Alter von Ewan McGregor ja relativ perfekt rein. Im Buch bei Dr. Sleep ist der Danny Torrance dann, wenn die Hauptgeschichte spielt, halt, glaube ich, eher so Ende 30. Und da wäre jetzt John Cusack noch viel zu alt, viel zu alt gewesen. Bei Ewan McGregor passt er ganz gut rein, was ich halt so ein bisschen vermisst habe. Aber das sind halt immer so die Sachen, die rausfallen, wenn Stephen King so ein bisschen Zeitgeist mitnimmt. Und da gibt es eine sehr prägnante Szene im Buch, wo die Warnknoten, so heißt ja dieser Plan da, am 11. September, nicht ganz zufällig, 2001, da vor New York stehen und dann schon wissen, dass da die zwei Flugzeuge in die Türme und dann auch bei 3000 Leuten, die da sterben, ein bisschen Steam freigesetzt wird und sich daran erst mal laben und tagelang dort gucken und sich da ein bisschen nähern. Das sind halt so kleine Feinheiten, die immer verloren gehen bei einer Adaption. Da sind dann so die Stellen, wo ich mich gefragt hätte, ob halt Dr. Sleep alleine, wenn man mal die ganze Shining-Thematik so ein bisschen rausließe, vielleicht auch ganz gut als so sechsteilige Serie funktioniert hätte, die aber natürlich einen sehr ruhigen Charakter hätte. Aber vielleicht gibt es ja da auch noch was Directors Cut-mäßig oder auch nicht. Wir schauen mal. Was ich auch ganz interessant finde, dass auch der Flanagan immer wieder auf bekannte Gesichter vor und hinter der Kamera zurückgreift. Sein Kameramann ist der gleiche gewesen, wie er auch schon bei das Spiel gewesen ist und als prägnante Nebendarsteller, da muss ich auch mal, da finde ich immer schön, wenn ich ihn sehe, gibt es einen niederländischen Darsteller ganz markant, der Karel Stroyken, der hier den Grandpa Flick, den Ältesten von den Warenknoten, spielt. Der spielt halt schon auch in das Spiel diesen Knochensammler und der ist wahrscheinlich der breiten, dem breiten Publikum am besten bekannt als Large von der Adams Family. Dort spielt er den großen Butler, auch immer für ganz spezielle Rollen dann gecastet bei so einer Körpergröße von, keine Ahnung, zwei Meter zehn würde ich jetzt mal schätzen. Nicht ungewöhnlich. Also jetzt noch im Kino, nicht mehr lange, aber dann auch bald im Home-Entertainment-Sektor zu finden, Dr. Sleep, so wie er heißt und wie er heißen soll. Auf jeden Fall filmhistorisch in der Verknüpfung zum Vorgänger durch die Zeitspanne sehr interessant und durchaus ein Film, der gesehen werden sollte. Auf der Polizeistation zu später Stunde. Hauptkommissar Buran befindet sich mitten in einem Verhör mit Fugat, der eines Mordes verdächtigt wird. Während Buran die Befragung unbedingt zu Ende führen möchte, zeigt sich Fugat wenig begeistert. Er ist hungrig und hat keine Lust, die Nacht im Polizeirevier zu verbringen. Doch der Kommissar lässt nicht locker und fordert von Fugat eine Erklärung, wieso dieser in der Tatnacht ganze siebenmal seine Wohnung verlassen hat. Als Buran kurz aus dem Büro gerufen wird, bittet er seinen etwas, naja, langsamen Kollegen Philipp, ein Auge auf den Verdächtigen zu werfen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Soviel zur Einleitung. An dieser Stelle werde ich jetzt nicht mehr groß auf die Handlung eingehen, sonst würde ich zu viel von diesem seltsamen Stück Filmpreis geben. Also beschränke ich mich grob auf den Plot und das Drumherum. Bei die Wache im französischen Oppost handelt es sich um Quentin Dupieux's siebte Regiearbeit im Langfilmsektor und zugleich wirkt er wie ein Neuanfang. Es ist der erste vollständig in Frankreich getredete Film, es ist ein sehr dialoglastiger und spielt zudem fast ausschließlich bei Nacht. Dupieux meldet sich nach gut vier Jahren Kreativpause, der ein wirklich produktiver Output mit sechs Filmen in knapp zwölf Jahren vorausging, zurück. In dieser Zeit schrieb er Drehbücher, machte etwas Musik als sein alter Ego Mr. Euso und kehrte dem sonnigen Kalifornien den Rücken und suchte zugleich seine alte Heimat auf. Man könnte fast sagen, er beschäftigt sich mit seinen filmischen Wurzeln. Die Wache kann man zwar schlecht temporär verorten, aber die verschiedenen Brauntöne der Brutalismus und das eher angestorbte Interieur lassen grob auf die 70er Jahre schließen, aber dann tauchen auch wieder moderne Gerätschaften wie Mobiltelefone auf. Ähnlichkeiten zu seinem Debüt Non-Film aka Nicht-Film von 2002 und Steak von 2007 sind nicht zu leugnen. Gerade letztgenannter zeigt die Absurdität Dupieux und das Spiel mit surrealen Szenerien, die den Zuschauer von Blood ablenken, verwirren, aber auch unterhalten sollen. Ähnliches findet sich auch in den Frühwerken von Woody Allen und vor allem in Filmen von Claude Feraldo, Temrock und Ben Hopkins Die Neue Leben des Thomas Katz wieder. Darin werden alltägliche Situationen, Dialoge und Konventionen ad absurdum geführt, überhöht und ins Groteske gedreht. Während des Verhörs in die Wache und der damit einhergehenden Rekonstruktion der Tatnacht wird das Leben von Fugan so nüchtern gezeigt, dass selbst Kommissar Vuran irgendwann auf den Tisch klopft und die Aussage mit den Worten Mein Gott ist das langweilig unterbricht. Worauf Fugan entgegnet, dass es nun mal so ist, wie es ist und er doch den Vorgang nicht aufpeppen kann, nur damit es sich spannender anhört. Die besondere Stärke von die Wache liegt eindeutig in den Dialogen und den dazugehörigen Visualisierungen. Ein Beispiel hierfür wären Nachfragen Berants bezüglich verschiedener Zeitangaben, die Fugan nicht bestimmt wiedergeben kann, weil sich die Zeiger der eingeblendeten Ohr ein Wettrennen zu liefern scheinen und mit jedem Wimpernschlag einen anderen Zeitpunkt verkünden. Daraus entspinnt sich ein wundervoller Witz oder eher eine kartuneske Überspitzung, die mich ein wenig an Adrian Edmundsons Gästhaus Paradiso denken ließ, ohne sich jedoch an dessen Derbheit zu bedienen. Dabei steht das Beispiel mit der unpräzisen Zeitangabe konträr zur formalen Protokollierung und steuert jedes Mal auf einen Konflikt hinaus. Eine andere Szene steht exemplarisch für diesen bürokratischen Irrsinn, der in Wurtklauberei endet. Zum Beispiel wenn Fugan meint, dass er vor die Tür gegangen ist, um frische Luft zu schnappen. Biron missfällt das Gesagte und besteht darauf, dass Fugan seine Aussage korrigiert. Fugan, der natürlich verwirrt reinschaut und auf eine übliche Redewendung verweist, erntet von Biron die oberlehrerhafte Antwort, dass man doch in den Bergen oder an der See frische Luft schnappt, aber nicht in der versmarkten Großstadt. Das Protokoll erfordere schließlich eine exakte Aussage. Diese Wortgefechte und viele weitere seltsame, aber für Dupieux dazugehörige Trademarks sorgen für ungläubiges Kopfschütteln und reichlich Erheiterung. Ohne jedoch, und das war Dupieux wichtig, den Witz auf dem Rücken der Figuren auszutragen. Dazu kommt noch das harmonische Zusammenspiel von Benoit Boufford als Kommissar Biron, man beißt Hund, ein Becken voller Männer und Grégoire Ludy als Zeuge Louis Fugan zu sehen in Die anonymen Romantiker und Die verrückte Reise von Max und Leon, die sichtlich Spaß in diesem surrealen Kammerspiel hatten. Ein weiterer Pluspunkt, der für die Wache spricht, ist die Lauflänge, die ebenfalls Dupieux für sich entdeckte. Der Film mag zwar 73 Minuten gehen, fühlt sich aber aufgrund der bürokratischen Monotomie in die Fugan gerät an wie zwei Stunden. Es entsteht der Wartezimmer-Effekt, den jeder von uns schon mindestens einmal erlebte. Betretendes Warten und das Abhandenkommen des Zeitgefühls. Ich für meinen Teil kann euch die Wache nur wärmstens ans Herz legen. Wer bislang keinen Zugang zu Dupieux Filmen hatte, wird trotz seiner fast schon vorgegaukelten Gradlinigkeit keinen Spaß haben. Wer jedoch Rubber, Reality, Steak und Ron Cops aufgrund der Schrulligkeit ins Herz geschlossen hat, der sollte unbedingt ins Kino gehen. Die Wache flimmert ab 12. Dezember über die heimischen Leinwände. Es ist kein perfektes Geheimnis, dass der Benedikt gerne mal in einen Film geht, auch ins Kino natürlich noch, aber er tut das doch eher selten, um einen deutschen Film zu gucken. Ich weiß gar nicht, wann das vor diesem, den wir jetzt besprechen, das letzte Mal gewesen ist. Er nickt, er wird es euch gleich sagen, aber wir haben durch mich initiiert, weil ich tatsächlich neugierig war, durch mehrfache Trailersichtung, das perfekte Geheimnis uns angeschaut und man kann da jetzt schon mal vorab sagen, das ist mittlerweile der erfolgreichste deutsche Film 2019, hat eine Menge eingespielt und eine Menge Zuschauer schon in die Kinos geholt, was jetzt aber auch nicht weiter verwunderlich ist, denn er benutzt ziemlich viele Zutaten, die erstmal so ein bisschen nach der klassischen deutschen Komödie schreien, egal ob man das jetzt schon werten will oder nicht, also die Zutaten sind zum einen halt eine Story, die doch sehr auf vom Thema her auf ein junges Publikum, auf ein technikaffines Publikum ausgelegt ist, dann benutzt man sehr viele arigen Schauspieler Deutschen und jetzt nicht mehr so wie Iris Berben und Mario Ardorf, sondern halt schon die zwei Generationen drunter, also alle etwas jünger mit dem krassen Zugpferd Elias Mbarek der einer ist in dieser Generation Schweighöfer Mbarek unter Til Schweiger die halt einfach am finanzträchtigsten sind, holt noch ein paar andere rein, wir machen es der Reihe nach und macht so ein kleines Kammerspiel in dem eigentlich nur sieben Personen im Großen und Ganzen vorkommen die sich treffen um einen schönen Nachmittagabend zu verlegen bei Essen es sind alte Freunde vor allen Dingen die Jungs wie man auch so ein bisschen aus der Vorgeschichte erfährt das sollten jetzt hier eigentlich vier Pärchen am Start sein einer kommt aber Solo der hat ein bisschen Pech mit den Frauen und es entspannt sich hat so eine Geschichte ein bisschen größer als der Gott des Gemetzels da hat man nur vier Personen aber im Prinzip spielt es nur in einer Wohnung und den ist halt so ein bisschen auch langweilig die meisten davon haben ein klassisches Konstrukt von größere und kleinere Kinder die Probleme über die Zeit sind aber alles ganz gut wohl situiert und irgendwann kommt man dann auf die Idee wir könnten doch jetzt einfach mal machen dass für die Zeit dieses Essens wie alles was an Social Media an SMS an Nachrichten reinkommt an Anrufen kommt laut entgegengenommen oder vorgelesen wird denn wir haben ja alle keine Geheimnisse die einen sträumen sich so ein bisschen dagegen die anderen finden es sofort ganz gut am Ende will sich aber natürlich keiner die Blöße geben und alle machen mit und wie man der erste Skandal die erste Enthüllung da nicht auf sich warten und es kommen natürlich auch ganz viele Verstrickungen und es führt natürlich zu einem ganz großen Knall auch hinten raus müssen wir uns jetzt selber mal noch überlegen wie viel wir eigentlich spoilern wollen weil wenn man das alles so bespricht müsste man wieder fast schon zu viel sagen ich weiß jetzt nicht welcher der letzte deutsche Film mein letzter deutscher Film war noch gar nicht so lange her und zwar Deutschstunde den ich natürlich nur deshalb sehen wollte weil Tobias Moretti mitspielt den ich ja als Schauspieler sehr gerne sehe ja also das war und das ist ja auch der hatte seinen Kinostart am 3. Oktober 2019 also noch nicht so lange her ich habe auch primär nichts gegen deutsche Filme ich bin nur dieser deutschen Komödie man muss es leider jetzt einmal so es gibt verschiedene deutsche Komödien qualitativ aber dieser Begriff deutsche Komödie ist leider doch irgendwie geprägt auf diese kein Ohrhasen Ära sag ich mal und die natürlich auch stark von Till Schweiger geprägt ist und unheimlich erfolgreich ist und so ist das perfekte Geheimnis aber nicht er ist anders und der Trailer suggeriert schon große Gefühle und auch den ein oder anderen schmutzigen schlüpfrigen Witz und ich finde der fast der Trailer verdreht nicht den Film aber ich fand doch irgendwie hinten raus den Film wesentlich dramatischer was mir gut gefallen hat als es eben so eine Revue-Lachnummern-Geschichte ist und wir lachen jetzt mal über ein Tittenbild oder irgendeine Geschichte die dahinter steckt oder irgendwas denn natürlich sind das zwischenmenschliche Geschichten und wenn eben dort irgendwas kommt was vielleicht mit Untreue zu tun hat oder ähnliches in funktionierenden Beziehungen dann ist das natürlich ein Drama im realen Leben und genauso ist es da auch also das ist durchaus also nicht so überaus fiktiv sondern die Menschen reagieren natürlich menschlich auf das was geschieht und deshalb hat mir das sehr gut gefallen und der Film ist da auch sehr schnell sehr schnell getaktet es passiert immer irgendwas es kommt Stück auf Stück auf Stück und ja und das hat mir sehr gut gefallen auch die Konstellation der Schauspieler die manchmal gar nicht so richtig zusammenpassen mögen was ja aber auch gut ist weil Freunde sind ja auch unterschiedlich auch wenn sie miteinander befreundet sind heißt das nicht dass sie immer dasselbe wollen und mögen und hier war das einzige tatsächlich was immer wieder ein bisschen zu Amüsement geführt hat ungewollt dass das nicht ganz so hinhaut biografisch mit den Schauspielern und den Charakteren die sie spielen wenn sie einmal Jugendfreunde gewesen sind das ist dir gleich irgendwie schon während des Films aufgefallen und ein Kommentar wert gewesen genau also wir können ja mal in die Riege einsteigen ist ja hier übersichtlich also wir haben ein Pärchen schon zusammen erprobt Elias Embarik und Caroline Herford die haben ja nur die drei Fakio Goethe Filme zusammen gemacht unter der gleichen Regie wie sie auch hier geführt wurde von Bora Taktekin aus dieser Riege aber in Fakio Goethe noch eine Schülerin gewesen deswegen ist das ein bisschen lustiger aber das passt hier schon die Jella Hase die spielt nämlich die relativ neue Freundin vom Friederik Lau auch ganz bekannter deutscher Schauspieler einer der uns eher auch positiv ans Herz gewachsen ist und dann haben wir noch das dritte Pärchen halt Jessica Schwarz und Wotan Wilke Möhring und die letztgenannten haben halt schon eine schwerst pubertierende Tochter mit den Problemen die da auf Eltern zukommen Embarik und Herford haben halt eher zwei kleine Kinder und die Schwiegermutti von ihr die zu Hause auf die Kinder aufpasst und er ist der moderne Familienvater der die Kinderfürsorge übernommen hat dafür geht sie arbeiten also ein bisschen umgedreht Frederik Lau ist ein bisschen nicht erfolgreich ist Taxifahrer hat immer neue Ideen aber es kommt nichts hat sich jetzt eine Junge geangelt aber ein bisschen reich wie man dann so erfährt und der siebte im Bunde der da allein auftritt weil er irgendwie die Freundin erst ganz neu hat und sie kann nicht Florian David Fitz uns ja auch relativ gut bekannt das passt grundsätzlich alles schon ganz gut zusammen wenn man natürlich überlegt dass die Verbindung über die Jungs zustande kommt die dann im Alter von 10 Jahren wie am Anfang war mal so ein Blödsinn gemacht haben mit Blutsbruderschaft und der eine war fast verreckt und dann guckt man mal durch und dann sieht man also der Wotan Wilke Möhring ist halt Mitte 50 und der Frederik Lau ist halt 30 aber gut der eine sieht halt jünger aus als er ist der andere durch die hohe Stirn jetzt schon ein bisschen älter das passt schon also ich finde daraus zieht der Film halt auch viel und gewinnt durch seine Akteure wie die Verstrickung und ob das so glaubhaft ist das ist ein bisschen zweitrangig ich fand es ganz gut wie man es dargestellt hat das habe ich jetzt auch ein bisschen gelesen dass man jetzt nicht eingeblendet hat es gibt ja auch so Filme da wird dann immer eingeblendet auch für den Zuschauer direkt was man sieht welche Textnachricht kommt dann hat man gesagt das wäre zu krass gewesen das würde dich bombardieren vielleicht dann doch die falsche Zielgruppe hier wird es halt eigentlich immer so ah Überraschung und ich lese ich lese jetzt vor was ich aber ganz spannend fand und ich habe es eher zufällig rausbekommen als ich einen anderen Film sah wo aber das Titelbild genauso aussah und ich dachte das kommt dir doch bekannt vor aber das sind ganz andere Leute und es gibt eine italienische Komödie die heißt Perfetti Sconscuti das habe ich jetzt bestimmt richtig bescheuert ausgesprochen völlig unbekannte heißt die aus dem Jahre 2016 und bei Netflix ist dieser das weiß ich gar nicht zu sehen aber ich habe die französische Variante nehme ich jetzt nochmal nachgeguckt der heißt Le Jeu ist ein bisschen kürzer geraten und ist auch schon ein Jahr alt und vielleicht willst du ihn ja auch nochmal gucken man kann schon vorher sagen er ist zu 90% gleich aber er hat so ein paar Unterschiede und ohne jetzt zu viel da jetzt in den direkten Vergleich reingehen zu wollen merkt man halt das was man dem Deutschen dann immer noch ein bisschen anlasten könnte ist die Glättung diese nur schön hippen Menschen bekannten Darsteller wenn man die französischen anguckt da ist unser unser der da alleine kommt ein relativ dicker ein pummeliger die sind alle älter die haben nicht diese Backstory dass sie als coole Jugend clique dann zusammen Blutsbrüderschaft gemacht haben aber das krasse ist an der an der französischen Entsprechung und ich weiß gar nicht wie es italienisch original ist dass bei beim Deutschen hat der Regisseur bei der Adaption gesagt er will das lustig machen er will das zur Komödie machen und der Ton beim französischen ist ganz anders es passiert im Prinzip das gleiche aber es ist halt bierernst die ganze Zeit und es ist wie ein anderer Film und da gebe ich das Mikro gleich ab der Film hat ja ein paar ein paar Vorbilder aus einem ganz anderen Genre das würde man jetzt aber vielleicht oberflächlich gar nicht merken bei der Betrachtung der deutschen Variante wenn man aber dann die sehr ernste französische anguckt dann ist das irgendwie schon viel mehr klar wo da sich inspiriert wurde also ich habe sofort an Alfred Hitchcock denken müssen Cocktail für eine Leiche das ist zwar sehr weit hergeholt aber nicht naja wohl nicht ganz weit her denn die Ausgangssituation eben die Isolation die freiwillige Isolation in dem Zimmer und nur dort handelt die Geschichte eben fast in ja Originalzeit Lauflänge sagen wir mal ja es geht um einen Abend ein abendfüllender Film und irgendwie musste ich schon auch eben dort dran denken an Hitchcock ob das jetzt tatsächlich damit verbunden ist ist erstmal eine andere Geschichte aber natürlich kam ja auch die Idee als die Trailer im Kino liefen ja das ist jetzt eigentlich eine ziemlich coole Idee hatte die nicht schon mal jemand vorher gehabt vielleicht weil kommt ein bisschen spät weil dieses Social Media hat sich ja schon lange etabliert und auch dieses Smartphone dass man da auf einem Gerät auf alle Kommunikationskanäle zurückgreifen kann E-Mail SMS ja und eben Whatsapp Facebook und Anrufe und in der Tat scheint es hast du mir gerade die Augen geöffnet schon aber in letzterer Vergangenheit in den letzten Jahren schon andere Länder die Idee gehabt zu haben das umzusetzen und das ist natürlich spannend dass es dann in der Tat die Komödie sich am besten verkauft ich glaube dass sich kaum einer Deutschstunde angesehen hat weil das halt doch ein Drama ist auch in Literaturverfilmung übrigens im Vergleich dazu habe ich gerade gesehen lauter IMDB hat der Deutschstunde nicht einmal zwei Millionen Euro eingespielt und wo stehen wir denn gerade bei das perfekte Geheimnis na ich glaube der Eintrag ist jetzt vielleicht nicht der aktuellste aber du hast was erzählt von über drei Millionen Zuschauern und dann gleichsam gelesen ich weiß jetzt nicht ob jedes Ticket zehn Euro kostet in Deutschland aber könnte man jetzt leicht die Rechnung aufmachen bei über 30 Millionen das ist glaube ich schon eine gute Zahl ich weiß nicht was hier Produktionskosten waren die sind ja wahrscheinlich nicht so hoch du hast halt die Gagen von den sieben nicht ganz so billigen deutschen Schauspielern sicher und danach ich habe ein bisschen gelesen wir hatten uns ja wir hatten ja uns so gefragt Mensch was für eine perfekte große Wohnung da in München haben sie natürlich keine gefunden die wollten sie ursprünglich das hat man dann schön nachgebaut in einem Studio hat man auch den Vorteil gehabt dass die rund um die Uhr durchdrehen konnten haben es aufgrund der Geschichte fast chronologisch gemacht was ja dann doch auch eher selten ist und die Hürde beim Dreh war natürlich dadurch dass fast alle immer in jeder Szene hervorkommen musstest du das Ding halt durchziehen und konntest das halt nicht wie es bei manchen anderen Produktionen ist aber jetzt hat man der mit denen eine Szene und jetzt kannst du mal hier in der Zwischenzeit einen anderen Film drehen war das dann wohl eine relativ kompakte Geschichte andererseits auch mit viel Probe also das hat man gemerkt das hat vom Zusammenspiel vom Vibe her zwischen den Leuten ganz gut funktioniert obwohl ich denke da hat man auch durchaus da profitiert dass viele von denen sich in unterschiedlichsten Konstellationen auch schon schon kannten es fällt jetzt ein bisschen schwer über diese Thematiken innerhalb des Films zu reden weil man dafür sehr viel viel spoilert da bleibt er vielleicht an vielen Stellen nicht fragwürdig aber sehr unterschiedlich interpretierbar wie man auch lesen kann in der Rezeption der anderen die einen finden ähnlich gut wie wir was man glaube ich vom Unterhaltungsfaktor nicht widersprechen kann wenn man jetzt natürlich aber jetzt in die tiefen Interpretationen da reingehen will und wie manches dargestellt ist kann man dem auch noch gewisse Vorwürfe machen machen wir hier jetzt mal nicht weil das würde spoilern gleich kommen aber ich fand das halt unheimlich interessant wenn man wirklich diese Filme diese Konzeptfilme nach einem Drehbuch verschiedene verfilmt das gibt es ja manchmal jetzt komme ich natürlich gleich nicht drauf ich habe mal so da gibt es einen Film da hat eine belgische Entsprechung eine niederländische Entsprechung und das amerikanische Remake den haben wir glaube ich auch eingesprochen wo es um so ein Verbrechen geht in so einem Hotelzimmer aus verschiedenen Perspektiven da war das auch sehr interessant diese unterschiedlichen Ansätze da zu sehen wo man halt auch gesehen hat wie geglättet der amerikanische Film auch von Darstellern dass das alles sehr objektiv hübsche Menschen sind etc. pp und dass da die Europäer ein bisschen erdiger sind und hier ist es halt genauso gewesen also das finde ich halt ein wunderbarer Vergleich aber an sich funktioniert der Film auch für sich und wenn es denn sagen wir mal so als Fazit eine deutsche Komödie sein will dann gehört die auf jeden Fall zu den Besseren weil die jetzt nicht nur so platt und einfach ist und sich auch schon das ist dann auch ein bisschen ein Kompliment meinerseits an den Regisseur von Fuck You Goethe auch gut abhebt und da noch ein paar andere Zielgruppen bedient also das kann man durchaus auch mal noch einen Blick riskieren ein Parasit ein Parasit lebt in Koexistenz mit seinem Wirt sie sind zu zweit bilden also so etwas wie ein gemeinsamer Organismus meistens bemerkt der Wirt nicht dass es einen Parasiten gibt und oft zerstört der Parasit auch seinen Wirt in Yunho Bongs Film Parasite gibt es tatsächlich im wortwörtlichen Sinn einen Parasiten in einem genialen Bild taucht dieser in Form eines langsam erscheinenden Gesichtes mit aufgerissenen Augen eine Krimasse aus den dunklen Tiefen einer Wand regelrecht herauf links und rechts gerahmt durch ein beleuchtetes Regal fast so wie ein Ikea-Regal mit lauter teuren Vasen und anderen unnützen Designer-Kram in einer Küche eines neumodischen schicken Hauses der Familie Park Vater ist Unternehmer es gibt noch eine Mutter eine Tochter und einen Sohn die sich auch eine Hausdame einen Fahrer und Nachhilfelehrer ohne zu zucken leisten können doch halt der Film beginnt eigentlich mit einer ganz anderen Familie nämlich den Kims auch Vater Mutter Tochter und Sohn die leben in einer Souterrain-Wohnung also noch unter dem Straßenlevel also ganz unten und die müssen ihren Unterhalt mit Gelegenheitsjobs wie das Falten von Pizzakartons verdienen nicht mal WLAN haben sie natürlich natürlich spiegeln sich beide Familien die einen ganz oben in ihrer teuren Villa und die anderen ganz unten und natürlich begegnen sich beide Familien auch ein Bild ist mir echt besonders im Kopf geblieben das ist wo eine dieser beiden Familien einen Weg von ganz oben von dieser Villa nach ganz unten in die Souterrain-Wohnung zurücklegen müssen aus bestimmten Gründen und man sieht sie in mehreren Einstellungen wie sie Wege, Straßen und Treppen in steter Folge nach unten und immer weiter nach unten und nach unten und unten laufen also hinabsteigen müssen das klingt vielleicht ein kleines bisschen platt ist es aber ganz und gar nicht denn der Film Parasite findet nicht nur tolle Bilder für den Konflikt zwischen beiden Familien sondern bietet auch eine recht unterhaltsame eine dramaturgisch gut durchdachte Erzählung mit punktgenauen und oft echt komischen Dialogen und Situationen doch worum geht es eigentlich ganz konkret per Zufall vermittelt ein guter Freund ein Student dem Sohn Kino der Kims einen englisch Nachhilfejob für Parks Tochter einmal in der Villa der Parks angekommen schafft es Kino auch seine Familienmitglieder nach und nach in Jobs für die Parks hinein zu komplimentieren sie nisten sich beinahe in das Haus der reichen Familie ein und ja befreunden sich auch noch fast mit ihnen diesen perfiden Spiel zuzuschauen in der ersten Hälfte des Films Parasite macht unglaublich Spaß es hat fast so ein bisschen so einen Heistcharakter und wir mögen eigentlich sogar beide Familien und können uns gar nicht richtig entscheiden zu wem wir halten wollen und wir können uns dann am Ende auch gar nicht so richtig vorstellen wie es mit diesem Film weitergeht außer dass wohl irgendwann aufgrund der gutgelegten Lügen und Fallstricke alles eskalieren wird ja tatsächlich so leicht und luftig anfangs erzählt wird so zieht doch nach und nach eine Spannung an die fast zu zerreißen droht und das passiert so ganz beiläufig in diesem Film fast unbemerkt nur in den Stühlen rutschen wir hin und her und wissen genau gleich gleich passiert was so viel sei verraten es kommt auf jeden Fall so wie man es sich überhaupt nicht hätte vorstellen können und das ist nicht nur unterhaltsam sondern auch wirklich klug tja das sind wohl all die Geheimnisse die John Wobos Film Parasite zu einem absoluten Geheimtipp machen und jegliche Kritiker Herzen hochschlagen lassen und am Ende auch noch zum Gewinn einer goldenen Palme in Cannes geführt haben es gibt einfach schlicht nichts was man an diesem Film kritisieren könnte vielleicht einzig dass die Gesellschaftskritik die im Parasite mit der Spiegelung einer reichen und einer armen Familie eher plakativ bleibt und ohne Ideen für eine Auflösung des Konfliktes doch für mich ist Parasite vor allen Dingen eine Parabel welche Bilder und Situationen erschafft die zwar recht schlicht komplexe Sachverhalte aufzeigen aber dennoch zum Selbst und Weiterdenken anregen schließlich ist es auch der Krieg zwischen Angehörigen der Unterschicht der in den Fokus gerät im zweiten Teil des Films und aus niederen Gründen wie Neid nicht den Reichen gegenüber sondern dem Nachbarn der ein kleines bisschen mehr hat als man selbst und die Reichen können sich empört oder gelangweilt abwenden und wieder ihren Gattenpartys widmen während die da unten sich schon selbst austilgen und das durchaus blutig und echt brutal so macht der Film Parasite noch eine gehörige Kurve am Ende hat man einen genialen Genre-Mix-Film erlebt der nicht nur unterhält und überrascht sondern auch tolle Charaktere aufzeigt die in ihrer Formelhaftigkeit recht natürlich und liebenswert herüberkommen interessanterweise und der sowohl witzig als auch nachdenklich macht Parasite ist wirklich ein richtig 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 guter Film und einer der besten meiner Meinung von 2019 unbedingt wenn er noch im Kino läuft anschauen Hallo hier ist der Benedikt von Deep Red Radio ihr hört gerade unseren Filmpodcast für die Liebhaber und Liebhaberinnen des Genre und Independent Kinos ja uns gibt es seit nunmehr 2012 in verschiedener Besetzung aber immer beständig und bieten euch ein umfangreiches Audioprogramm zu Spielfilmen zu Serien wir haben auch Interviews für euch im Angebot Specials mal länger mal kürzer ein buntes Programm was kommt aktuell auf Blu-ray und DVD raus nicht alles kommt in unser Portfolio aber das für uns wichtigste und interessanteste schlechte Sachen gute Sachen was lohnt sich was nicht und was kommt im Kino auch das haben wir im Auge auch wenn wir nicht immer ganz aktuell sind und alles abgrasen wir kommen zu Wort zu den Sachen die uns interessieren und hoffentlich auch euch besonders auch Randerscheinungen sind uns wichtig Low-Budget-Filme und darunter Filmkritik und Analyse sollen nicht Langeweile bedeuten sondern auch ein bisschen Spaß machen und wir bemühen uns stetig Information und Unterhaltung zusammenzubringen ob wir es nun alleine tun in Einzelbesprechungen oder aber gemeinsam in unseren Shows wir berichten auch gerne vom großen Rummel auf den Filmfestivals sehen konnte man und wird man uns auf dem Sinestrange Cineways Filmfestivals auf dem Fantasy Filmfest der Genre Nale oder dem Hardline Kino Extrem vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis John Glenn Sam Furstenberg oder auch John Huff Des Weiteren auch Darstellern wie Charles Rittinghouse Tobi Jones Dieter Lasa oder Klaus Deo Gärtner beziehungsweise auch Menschen die hinter dem Ganzen stehen Label und Programmchefs Wir möchten auch in der Zukunft mehr mit Gastautoren kooperieren oder mit kollegialen Blogs gemeinsame Sache machen Dazu könnt ihr euch gerne bei uns melden wenn ihr mitmachen wollt oder selber einen Podcast habt oder einen Blog und Interesse an einer Interaktion habt Es geht uns allen um die Liebe zum Kino und zum Film und nicht um die Konkurrenz Unser Team besteht aus Benedikt Wilken Stefan Jung Tobias Kloppisch und Maximilian Scholz Wir sind kostenlos aber nicht umsonst Aber gerne freuen wir uns auch jederzeit um Unterstützung sei es im Internet durch Klicks und Likes durch das Weiterverbreiten durch Teilen durch die Mundpropaganda und wehen das Ganze auch noch vielleicht den ein oder anderen kleinen Euro wert sein sollte darf das gerne per Paypal bei uns auf der Seite spenden denn wir sind nicht werbefinanziert sondern wir finanzieren uns selbst das heißt alles kommt aus unseren eigenen Taschen aus unseren Erwerbstätigkeiten und das tun wir auch gerne nur jede Unterstützung wird begrüßt über 140 Stunden bekommt ihr mittlerweile bei uns und das sind knapp 1000 Filmbesprechungen Serienbesprechungen oder Interviews Features und Berichte das ist eine ganze Menge und das wird auch noch mehr also kommt auf unsere Seite kommt zu iTunes und wo ihr uns auch immer findet unterstützt uns hört uns liebt uns als ich vorhin auf dem Weg zum Kino war fragte ich Benedikt wo er so ist und er schrieb mir dann er ist auch auf dem Weg und schon 100 Meter hinter mir das war ein ganz gelungener Gag weil dann wird man ja wirklich so ein bisschen wuschig und guckt sich immer mal um nur in dem Fall ist er ein bisschen daneben gegangen weil ich fast noch bei mir am Hausflur war was er dann nicht gemerkt hat dass ich dann auf einmal irgendwann 100 Meter hinter ihm ging und ihm dann die SMS schreiben konnte dann glaube ich dir nicht aber guck du mal hat er leider nicht gemacht hat er erst zu spät gelesen ansonsten wäre es ein ganz guter Gag gewesen wir haben uns verabredet Tobi ist auch da für der Leuchtturm und ich wusste ja überhaupt nicht was ja hier auserkoren wurde habe dann erst später nochmal ein bisschen rekapituliert dass wir in der Runde schon mal mit jemand anders auch über diesen Film gesprochen hatten der hatte nicht so eine gute Meinung das war der Flo vom Hardline Festival wo er dessen ja ansonsten kann und alle anderen den ja ganz groß anpreisen und ich auch nur bei IMDb sehr wenige schlechte Kritiken gelesen habe entweder trauen sich die Leute das nicht zu sagen falls ich ihn nicht gut gefunden habe oder Flo sein Geschmack ist einfach ganz komisch was haben wir denn gesehen und können wir Flo beipflichten oder eher nicht als erstes sollten wir die große Weisheit des Filmes jetzt im Vorhinein niemanden vorenthalten und zwar ein Mann braucht einen guten Grund um nicht zu trinken und tatsächlich ist es so dass einfach zwei Männer einen Leuchtturm bewirten müssen für einen Monat und es beginnt mit ihrer Ankunft ein alter Gestandener so wie man denkt und ein jüngerer Spund ein Tagelöhner der immer mal was anderes macht und sich natürlich hart ans Prozedere halten möchte an das Regelwerk dass man sich gut verhält man hat ja eine sehr sehr verantwortungsvolle Arbeit man muss das Feuer am Leuchten halten und auch das Nebelhorn was ja wirklich einer Höllenmaschine gleicht dieser ganze Betrieb was auch gut zu der Atmosphäre passt immer am Laufen halten also viel Verantwortung um Menschenleben und Fracht in stürmischer See aber jedenfalls ist es so dass diese Regeln die er noch sehr für sich beansprucht die von seinem Meister von seinem Sir ja dahin gelächelt werden weil er sich gleich die erste Flasche Schnaps einschenkt und er sagt ne ich mach das hier mal nüchtern weil ich muss ja immer aufmerksam sein und meine Arbeiten machen und beide können sich auch nicht leiden weil es wirklich so eine ziemlich krasse Erniedrigungsgeschichte ist ich bin der Meister ich herrsche über dich Junge Boy und mach was ich sage und es gibt sehr viele Situationen das kommt so fort dass eben der Kapitän sag ich jetzt mal der Leuchtturmwärter eben wirklich den Chef raushängen lässt und es entwickelt sich eben alles dazu dass ja aus einer ja soliden Grundgeschichte etwas doch mystisches wird das aus dem Wahnsinn entsteht den naja wie viele Männer weiß man nicht vielleicht nur einer vielleicht beide der Wahnsinn der sich entwickelt in der Zeit wo einfach nur karges Land ist schlechtes Wetter widrige Umstände Kälte Feuchtigkeit immer zu Regen und nasse Kleider und dann am Ende eben auch zu viel Alkohol und eben wirklich Einsamkeit auch vielleicht natürlich auch das Sehnen nach Dingen die man nicht hat nach Wohlstand vor allem aber nach Weiblichkeit vermutlich und das Durchleben von Seemannsgarn von Geschichten immer wieder dieselben Abläufe und natürlich aber auch Vergangenheit die man zu bewältigen versucht vielleicht auch in Zurückgezogenheit von Dingen die passiert sind die man sich nicht verzeihen kann am Ende ist es ein riesiges Gruseln sag ich mal also es ist wirklich ein Gruselfilm weniger ein Horror wirklich ein Gruselfilm und ich hatte auch meine Momente wo ich dann tatsächlich auch meine Gänsehaut gespürt habe das macht der Film vor allen Dingen natürlich durch seine Atmosphäre erstens weil man geht hier bewusst den Weg ein altes klassisches Format zu wählen im 4 zu 3 im Fullframe-Format und es ist ganz witzig dass ich ja immer gerne sage wenn ich mir frühe Cinemascope-Filme anschaue dass ich sage man hat sich sehr viel Mühe gegeben zu schauen wie fülle ich dieses Bild aus wie tue ich diese Breite nutzen was dann mit der Zeit verloren gegangen ist teilweise und auch Cinemascope-Format im Breitband gar keinen Sinn macht bei bestimmten Filmen weil auch der Kameramann oder der Regisseur eigentlich keine Ahnung haben wie sie es eigentlich benutzen sollen und heutzutage dreht ja kaum noch jemand in 4 zu 3 und da ist es hier wieder schön zu sehen wie auch hier der Kameramann und sich Gedanken gemacht hat wie man Bilder in 4 zu 3 heute einfängt und ich musste ganz viel denken wirklich auch an das Kino der 30er und 40er Jahre beispielsweise einfach nur so eine einfachen Sachen wenn ich das normale ich nenne es jetzt mal Hochformat habe dass du Landschaft einfängst und trotzdem kein leeres Bild hast mit viel Himmel oder so und das ist sehr gut gelungen auch wie Darsteller hingestellt werden in dem Szenario wie Räume eingefangen werden das fand ich unheimlich gut gelungen also das ist wirklich technisch gesehen mit der alten Formel sehr gut umgesetzt und dann ist der Film natürlich schwarz-weiß was nochmal ordentlich drückt und die musikalische Gestaltung die einem eigentlich eher wie ein Brummen vorkommt und immer wieder von dem Nebelhorn durchzogen wird das bei einer guten Soundanlage richtig in den Bauch hineingeht das schafft ordentlich Atmosphäre und das ist hier gelungen und in jedem Falle genau wie bei The Witch der eben auch ein sehr kühles Szenario ein sehr naturelles Szenario nutzt mit vielen Einflüssen eben von Natur ist hier auch wieder zu spüren das heißt die Filme sind jetzt nicht vergleichbar unbedingt wobei eigentlich doch weil es sind ja beide Filme die mit ja wo man nicht genau weiß ist das alles Einbildung oder wie ist was ist das jetzt wirklich was Mystisches oder bilden sich das Menschen eben nur ein auf jeden Fall geht es immer um Angst mich hat das wirklich gepackt das Ganze allgemein und natürlich und jetzt kommen wir eben auch zu den beiden Hauptdarstellern Willem Dafoe als alter Seebär und der Patterson als ja nicht mehr ganz so junger Jungspund aber als Neuling im Geschäft die sich dort wirklich vor allen Dingen Willem Dafoe mit irgendwelchen Monologen die ausgeklügelt über Jahrzehnte wirken versehen mit den schönsten traditionellen Kraft ausdrücken das bringt mir was also mir hat das echt gut gefallen und ich bin auf der Seite der Menschen die sagen es ist ein großartiger Film Zwecks der Kameraarbeit Jarin Blaschke hat sich um die Kamera gekümmert auch schon bei The Witch Mark Corwin hat den Soundtrack beigesteuert auch schon bei The Witch es sind viele Leute dabei die beim Debüt quasi mitgewirkt haben und ist scheinbar ein sehr eingespieltes Team mittlerweile was man dann auch merkt und ja also es sind ja verschiedene Referenzen im Film drin im Abspann wurde nochmal Herman Melville erwähnt und da kann man auch noch Edgar Allen Poes hinab in den Malstream noch mit erwähnen wo es um ein Schiff geht was auf hoher See unterwegs ist wo sich dann ein kleiner erstmals kleiner Strudel öffnet und der dann riesig monumental groß wird und das Schiff hinabreißt und die Leute werden wahnsinnig und ein bisschen Ängste ausstehen und man vermutet dass der Malström und genauso ist es auch in Lighthouse es halt der Leuchtturm ist im ja im Auge des Sturms sozusagen er ist der Mittelpunkt des Malströms die Leute werden wahnsinnig und was wir oder alle schon empfunden haben bei der Goldene Handschuhe wenn Leute halt dir gegenüber sitzen die saufen und schon latent aggressiv sind dann ist das halt so eine bedrohliche Stimmung kann den anderen nicht so richtig einschätzen man weiß nicht flippt er jetzt aus man steckt dann ein man schluckt die Pille runter man macht was der andere sagt das ist halt ein erniedrigen und ein dominieren was hier im Film vor sich geht und das wird hier sehr gut dargestellt also ich glaube die fantastischen Elemente die hier kurz mal drin vorkommen diese Visionen oder Albträume hätte es schon fast gar nicht gebraucht bei dem Spiel höchstens um diesen Seemannsgarn zu umschreiben oder halt noch ein bisschen mehr Substanz zu geben mir hat er an sich gut gefallen für seine 109 Minuten die er länger hat kamen mir manchmal vor wie gefühlt drei Stunden der zieht sich also er wirkt länger beim Schauen als er dann letztendlich ist ob es jetzt zu meinem Lieblingsfilm wird da gebe ich Benedikt recht bei The Witch war es auch so dass ich mir den sofort hätte gleich wieder anschauen können wegen der Bilder und der ganzen Stimmung und allem drum und dran hier weiß ich es gerade noch nicht ich werde ihn mir bestimmt noch mal anschauen aber so schnell wahrscheinlich nicht also der muss wahrscheinlich ein bisschen wirken also da muss man auf jeden Fall es ist ein Stimmungsfilm aber es ist ein schwieriger Film im Gegensatz zum Golden Handschuh haben wir den jetzt natürlich auch total nüchtern gesehen das wäre vielleicht eine ganz andere Experience geworden wenn wir auch ein bisschen Spiritus oder was die dann am Ende gesoffen haben nachdem die wichtigsten Vorräte aufgebraucht waren du hast die ganzen alten Referenzen aufgezählt ich habe mich aufgrund so ein paar Parallelen auch öfter mal ein bisschen an Shining erinnert gefühlt also das andere Setting aber grundsätzlich gleiche Thematik nur dass jetzt hier zwei verelenden selig und auch körperlich so ein bisschen und dann aufeinander losgehen ohne dass Kinder im Spiel sind oder so ich gucke mir sicher auch nicht so bald wieder an ich fand die erste Hälfte des Films wo es noch nicht so ganz klar war worauf es hinausläuft fand ich stärker das war die Hälfte wo noch nicht so viel geredet wurde danach ist das schon aber das soll ja auch irgendwo den Zuschauer quälen habe ich immer so das Gefühl damit man so richtig drin ist aber ja dann wird es schon an manchen Stellen lang was halt aber auch dazu führt dass der Film natürlich ein bisschen länger im Gedächtnis bleibt als so das 0815 was man im Kino sieht das führt auch dass halt hier noch ein bisschen da gibt es gibt es ja ein paar witzige Szenen gibt es ja wenn Willem Dafoe die ganze Zeit von Blähungen geplagt wird oder wenn Robert Pattinson also erst das sind zwei voll scheiße überquillende Nachttöpfe in dem Zimmer scheinbar wochenlang nicht geleert und dann macht er sich aber die Mühe ganz weit weg zu gehen auf die Klippe und dann schüttert er sich schön gegen Wind à la Big Lebowski nur dass es da halt Asche war und hier und dann alles schön ins Gesicht und naja das ist Sperma das ist Scheiße das ist Pisse das ist Alkohol das muss stinken also die man hat das schön versucht zu versinnbildlichen gut dass es kein 4, 5, 6, 7 D Kino gibt das hätte man jetzt hier voll ausfahren können es war auf jeden Fall eine Erfahrung aber ich kann schon nachvollziehen dass der Film sehr doll polarisiert und dass der keine keine mittlere Wertung irgendwie zulässt vom Format her um es zu schließen fand ich es natürlich ich meine ein Leuchtturm ist nun mal vertikal und nicht horizontal und das ist ja schon die beste Darstellungsmethode und dass man das 4 zu 3 gerät hat aber es ist erstmal sehr schwierig da wieder zu adjustieren am Anfang wenn die Kinoleinwand die Seiten wieder klein gefahren wird und du denkst oh scheiße wo sitzen wir jetzt gerade hier in der fünften Reihe so viel zu weit hinten das ist ja wie der alte Fernseher aber man ist schnell wieder drin und gewöhnt sich dann halt auch gut dran und dann trägt es natürlich auch das Schwarz-Weiß zu diesem kargen Setting bei was ich jetzt nicht gesehen habe außer hinten dass doch sehr viel mit Special Effects waren die man in dem Film aber in dem Sinne nicht unbedingt ansieht was ja immer eigentlich ein Kompliment ist was wie gemacht worden ist wir haben ja gesehen Nova Scotia gedreht an irgendwie schon dann irgendwie Originalschauplätzen aber wäre mal interessant zu erfahren was dann doch getrickst wurde am Computer wahrscheinlich das Wetter vor allen Dingen aber ob der Leuchtturm so existiert in der Form weil das sah dann doch schon alles sehr griffig und echt aus also auf jeden Fall eine filmische Erfahrung ich fand auch die wenig auftretenden Blitze eben auch noch anders gemacht als wie man das heute in einem Film hat ich fand es war schon sehr viel auch denke ich der Anspruch da den Film auch nicht in den Sinne alt aussehen zu lassen indem er halt vor 150 Jahren spielt oder weiter sondern dass er eben auch vielleicht aus seiner Ära stammen könnte aus den 40er Jahren wann er gemacht wurde und zum Thema Breitbild oder eben 4 zu 3 ist ja auch schon vielmehr eben gerade noch ein das Statement von Fritz Lang zum Thema Cinemascope damals sagte er würde niemals einen Film in Cinemascope machen weil das ja den Film total kaputt machen würde weil Filme müssen hoch sein und nicht breit weil er sagt genau wie du eben sagtest wie will ich denn ein Hochhaus in Cinemascope darstellen ja visuell das geht gar nicht am Ende musste er doch einen drehen das war als er nicht mehr so viel zu sagen hatte in seiner Hollywoodphase musste er einen Western dann musste er drehen in Cinemascope aber das war auch der Einzige ja man muss halt zu dem 4 zu 3 Format es wird ja komplett ausgefüllt man merkt halt wirklich eine Enge das hat auch Eckers gesagt die haben versucht erstmal so wenig wie möglich von dem Leuchtturm zu zeigen von dem Interieur wo sie hausen in diesem kleinen Kabuff der mit einem kleinen Gang rüber zum Leuchtturm verbunden ist und das langsam peu a peu auszustellen und zu zeigen und auch was halt die Ausleuchtung angeht hat man sich wo an Barry Lyndon orientiert natürlich nicht wie Kubrick der dann sagt so okay ich tue dann alles mit Kerzenlicht und muss alles mit natürlichem Licht das geht natürlich heutzutage in dem Sinne nie weil dann wahrscheinlich auch die finanziellen Mittel nie da sind also hat man versucht schon mit künstlichem Licht das aber wenigstens so darzustellen dass es von natürlichen Quellen her stammen könnte und das merkt man im Film an also viel mit Loki und Heike gearbeitet und ähnlich wie November der das gemacht hat und es hatte auch schon man kann fast sagen fast jedes Bild was geliefert wurde wäre für ein Porträt für die Wand eigentlich gemacht also der ist optisch sieht er so schick aus szenisch das ist schon wirklich ein Knaller und Willem Dafoe wenn dann halt das Licht so von unten in sein Gesicht scheint also das ist das sieht aus wie gemalt und da ist der planke Wahnsinn zu sehen und ja also das ist schon echt ein Ding ich weiß nicht ob ich nicht aufgepasst habe im Abspann oder ob es nicht kam was ich mir aber eigentlich bei einem amerikanischen Film heutzutage gar nicht vorstellen kann ich habe nichts gelesen dass in dem Film keine Tiere zu Schaden gekommen wären und ja das will im Zusammenhang mit dem das was da im Film passiert was heißen aber ich hoffe mal das war doch nur ein Effekt aber der war gut also du kriegst heute gar keinen Film mehr durch ohne diese Genehmigung sage ich mal ohne das Beisein von diesem Verband die da drauf achten dass die Tiere nicht zu Schaden kommen in dem Fall ist der Effekt wirklich gut gelungen das machen wir jetzt mal zum kleinen Geheimnis werdet den Film ansehen es gibt einen kleinen Wutausbruch auch am Berechtigten und da wird einem Tier Schaden zugefügt auf äußerst epochale Weise aber dennoch schlicht also der einfachste Weg etwas grausam zu tun ja also mit diesen Worten schließen wir jetzt mal die Review auf jeden Fall ein Film der sich in Bildern lohnt der sich auch atmosphärisch lohnt sicherlich hier und dort je nach Besucher je nach Zuschauer Abstriche machen muss aber dennoch ein Film den man nicht ungesehen lassen sollte 1907 1907 1907 1907 1971 war Roger Moore noch nicht der Mann, den man James Bond nannte, aber er wusste, dass er zur Auswahl stand. Zusammen mit bereits Timothy Dalton, der erst Ende der 80er diese Rolle übernehmen sollte, war er im Gespräch für den britischen Nobelagenten, der zuvor von George Lazenby verkörpert wurde. Für Diamantenfieber 1971 sollte es dann aber doch ein Amerikaner werden, John Gavin, den United Artists aber ablehnte. Sean Connery konnte nach seinem Ausstieg aus der Reihe unter hohem finanziellen Aufwand zurückgeholt werden. Nach diesem Comeback sollte dann endlich Roger Moore das Rennen machen und wurde zu Bond in Leben und Sterben lassen, 1973. Moore drehte zuvor für das Fernsehen Die Zwei, wo er mehrfach mit dem Regisseur Basil Diernan zusammenarbeitete. Mit ihm beging er auch seinen letzten Kinofilm vor seiner James-Bond-Ära. Ein Mann jagt sich selbst. Ein Doppelgänger-Thriller nach dem Roman The Strange Case of Mr. Pelham von Anthony Armstrong, der bereits von Alfred Hitchcock als 30-Minüter in seiner eigenen TV-Sendung Alfred Hitchcock präsentiert, filmisch umgesetzt wurde. In der Langfilm-Adaption von Diernan ist Harold Pelham ein Manager bei einer Firma, die Technik für die Seefahrt herstellt. Sie stehen mit einer noch geheimen Erfindung vor einem großen Durchbruch auf dem Markt, ebenso aber vor einer Fusion mit einem Industriegiganten. Es kommt der Verdacht auf, dass durch Industrie-Spionage Informationen an den Fusionspartner gelangt sind und dieser mit der technischen Neuerung die eigentliche Firma ausbeuten will. Doch wer könnte der Verräter sein? Der Familienvater Pelham selbst hat zuvor einen Autounfall. Damit beginnt der Film und kommt da bei dem Tode sehr nahe. Nachdem er sich erholt hat und in sein Leben zurückkehrt und die Routinen seiner Arbeit, muss er bald bemerken, dass ihm jemand einen Streich zu spielen scheint. Denn überall, wo er hinkommt, sagt man ihm verwundert, dass er doch eben erst da gewesen sei. Andere behaupten, ihn getroffen oder gesehen zu haben an Orten, an denen er gar nicht gewesen ist. Eine Frau behauptet, eine Affäre mit ihm zu haben. Immer mehr Indizien häufen sich, dass er entweder verrückt wird oder einen Doppelgänger hat, der sein Leben durcheinander bringt. Und damit stellt sich auch die Frage, könnte nicht auch Pelham der Verräter seines Unternehmens sein oder möglicherweise der andere Pelham? Sir Roger Moore, dem Anstand halber sei sein Titel einmal erwähnt, muss als Harold Pelham verzweifelt feststellen, dass etwas oder jemand ihn verdrängen will. Wie bei Jekyll und Hyde ist die andere Person seiner selbst das Gegenteil vom ursprünglichen Pelham. Pelham, der Mann, der seine Frau sexuell nicht mehr befriedigt, der zwar charmant ist, aber auch zurückhaltend. Im Gegensatz zum anderen Pelham, den er ständig verpasst, denn er verlässt den Ort, an dem er gesucht wird, stets vor dem Original. Der andere ist ein Draufgänger, ein Lebemann und strotzt vor animalischer Lust. Der Kampf nach Anerkennung und Wahrheitssuche. Andere und vor allem seine Frau zu überzeugen, dass nicht mit ihm etwas nicht stimmt, sondern eine äußere Kraft gegen ihn wirkt. Bestimmen die Jagd nach sich selbst. The Man Who Hunted Himself ist die letzte Regiearbeit von Basil Dearden gewesen. Er starb circa ein Jahr nach der Veröffentlichung ausgerechnet bei einem Autounfall. Ein makaberer Zufall. Er entwickelt eine wirksame Paranoia und Moore spielt eine wahrnehmbare Angst vor dem Ungewissen und dem Verlust der eigenen Identität. Das mystische Element bleibt dabei weitestgehend unbeleuchtet. Denn der böse Zwilling taucht eigentlich schon vor dem Autounfall auf. Er verursacht ihn. Denn ein plötzlicher Sinneswandel lässt Pelham vom gesitteten, sicheren Fahrer zum leichtsinnigen Raser werden. Diese Wandlung wird im Film zwar deutlich aufgezeigt, aber am Ende, wenn die beiden Pelhams gegeneinander antreten und einer die Welt verlassen muss, ist es nicht eindeutig, wie, wer oder warum. Somit spielt die Stimmung nicht nur mit dem Thrill, sondern auch mit dem Übersinnlichen. Einen Witz im Übrigen erlaubt man sich. Roger Moore, der noch kein James Bond ist, erst drei Jahre später macht in Bezug auf den Verdacht der Industrie-Spionage eine köstlich-prophetische Aussage. Spionage findet man doch nicht nur in James-Bond-Filmen. Ein Mann jagt sich selbst ist ein kurzweilig, schnell erzählter 90-Minüter, ein effektives Verwirrspiel mit attraktiven weiblichen Darstellerinnen und einem doppelten Roger Moore. Zwischen Biederheit und Arroganz. Aktuell auf DVD veröffentlicht bei P-Ducks. Der Benedikt, der Leo und ich waren gestern, nämlich am 8.11., Datum ist ja wichtig, wenn es so eine Premiere ist, in Meißen bei der Kino-Premiere von dem Film Phonomanie. Das ist jetzt keiner, der jetzt an einen regulären Kinostart geht oder so, sondern eine kleine Indie-Produktion von einem heimischen Filmschaffenden, sehr umtriebiger Mann, der dort, sagen wir mal, Halbmeißen aktiviert hat, um dort irgendwie mitzuwirken. Und trotzdem noch die restliche Hälfte des Films in allen möglichen Positionen selber bestritten hat. Der ist schon draußen und hat jetzt aber nochmal eine Kino-Vorführung bekommen mit einem gut gefüllten Saal. Man hat es auch der filmischen Kost entsprechend sehr spät nachts oder abends gelegt, 22.30 Uhr. Und der Saal in dem Meißner Kino, was jetzt nicht mehr zu einer großen Kinokette gehört, wie wir gestern mit Entsetzen oder mit Verzücken feststellen sollten. Wir sollten mal gucken, wie lange es sich hält. War gut gefüllt, mal ein bisschen was anderes zu dem normalen Programm à la Cats, Joker, was nicht gerade alles, Terminator, Dark Fate, was nicht alles gerade so läuft. Das Publikum war auch bunt gemischt. Natürlich ein großer Teil des Casts und auch der Crew drunter. Dadurch, dass das Ganze über den Bindig entstanden ist, gebe ich jetzt gleich mal an ihn. Und wie seid ihr denn damals miteinander in Verbindung gekommen und über wen reden wir denn hier, wenn wir Mr. Situ sagen, der viele Teile des Films gemacht hat, aber natürlich auch einen bürgerlichen Namen hat. Es fiel mir dann alsbald wieder ein, dass ich tatsächlich eigentlich über einen der mitwirkenden Darsteller für das Projekt erfahren habe. Über den Paul Mühlberg, der da einen Kill hingelegt bekommt in dem Film. Es handelt sich um einen Slasher. Hier erweitert man das Ganze noch in der Genre bezeichnet als Stealth-Slasher. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, was da jetzt genau die Bedeutungen sind. Jedenfalls habe ich eben erfahren von diesem Projekt, das da in Meißen stattfindet. Ich meine, der Stefan Peschmann, der das Ganze rundum betreut. Es ist ja sein Projekt, der finanziert es zum größten Teil. Er ist da wirklich auch der, der das letzte Wort hat und auch Ideengeber ist. Also er ist da mit all seinen Fingern da an allen möglichen Geräten beschäftigt, in allen Produktionsphasen und als Regisseur. Und da wir natürlich auch immer den Anspruch haben, mal zu schauen, was so in der Umgebung los ist, habe ich mir gedacht, könnte man da mal Kontakt aufnehmen. Ja, und jetzt war tatsächlich die Premiere zu der, weil du sagtest, der Film ist schon raus, muss man sagen. Es gab eine limitierte Edition im Voraus, die auf einer Convention angeboten wurde und jetzt natürlich auch schon vergriffen ist. Und daher ist der Film tatsächlich auch schon dem einen oder anderen bekannt in dem Szenebereich, wo solche Filme geguckt werden. Wir befinden uns hier tatsächlich, was man immer so schändlich als Wald- und Wiesensplatter bezeichnet. Also es kommt daher, es ist ein deutscher Underground-Film. Also wirklich, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, ich bin auch in dem Bereich überhaupt nicht bewandelt. Wir reden davon, was eben vor 30 Jahren Andreas Schnaß und Timo Rose und solche Leute gemacht haben. Eben ohne professionelle Unterstützung von außen, von großer Förderung und so weiter mit den technischen Möglichkeiten, die ja heute etwas besser liegen als noch damals, eben einen Horror- oder einen Genre-Film zu machen. Und natürlich passt sich das qualitativ an. Man hat heute auch mit Kameras viel mehr Möglichkeiten, auch gute Bilder zu schießen. Und jetzt gehe ich gleich mal rein, was haben wir denn gesehen? Der Film wird definitiv keine Freigabe in Deutschland bekommen, nicht in der Fassung. Er ist natürlich, er hatte gesagt bei seiner Vorbesprechung, bevor der Film anging, dass es gut zwei Dutzend Kills gibt. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es ist schon, es geht in dem Film darum, dass Menschen umgebracht werden, wie das bei einem Slasher eben so ist. Manche haben mehr Story, manche weniger, er gehört jetzt zu denen, die tatsächlich eher ein Gerüst von wenig Story um möglichst viele Hinrichtungen spinnt, sag ich mal. Und ich möchte, es gibt Gutes und Schlechtes für mich an der ganzen Sache. Erstens muss ich sagen, es ist natürlich immer klasse, wenn Leute sagen, ich mache jetzt mein Ding, ich will jetzt was schaffen, ich drehe jetzt was und dann kommt am Ende auch was dabei raus. Also man bleibt eben nicht liegen unterwegs und man investiert auch hier privates Geld und viel Zeit in so ein Projekt und holt sich Leute aus dem Umfeld, was nicht immer gut sein muss. Aber so technisch fand ich den Film wirklich gelungen, in dem, wo er eben herkommt. Das ist ein kein richtig professionell gemachter Film, das soll jetzt keine Beleidigung sein, sondern es ist einfach so. Aber dafür hat er super Bilder. Ich fand die Kamera auch gut, wenn sie Personen gefolgt ist oder Objekte gezeigt hat, das war schon gut. Also das hat er klasse gemacht, die Kamera wurde nicht irgendwo müde abgestellt und man hat halt drauf gehalten, sondern die Kamera war auch in den richtigen Momenten in Bewegung. Es war auch viel mit Drohnenarbeit, man hat viele Luftaufnahmen gemacht. Der Film wurde hauptsächlich in Meißen gedreht und im Umland, auch ein bisschen in Dresden. Also für regionale Leute, die erkennen da auch was wieder. Das ist sehr stark verortet optisch auch und da fand ich ihn sehr gut. Was die Splatter-Effekte anging, ja, da bin ich auch jetzt glaube ich raus. Es sieht natürlich nicht aus wie, es hat teilweise einen Hostel-Charakter gehabt und da waren die Effekte ja auch schon eher sehr comichaft. Und für mich, für mein Verständnis von solchen Effekten, aber da gibt es andere Leute, die viel mehr darüber berichten können. Was natürlich immer schwer ist, wenn man eben Laiendarsteller nimmt, die aus dem Freundschaftsumfeld kommen. Weil, man muss hier ganz klar sagen, die schauspielerischen Fähigkeiten der Menschen, die eben hier auftreten als Darsteller, sind natürlich gar nicht da. Ja, also das ist wirklich schwierig und es ist ja auch tatsächlich etwas, wo man Talent braucht oder was man auch, selbst wenn man Talent hat, erlernen muss in einer Schauspielschule. Es fällt nicht jedem in die Wiege und das ist das, was natürlich dem Ganzen, den wirklich diesen Independent-Charme im negativen Sinne beischmückt. Das heißt, auch wenn das Drehbuch nicht gehaltvoll ist, sollten die Dialoge, die eben dann zu hören sind, schon auch von Menschen interpretiert werden, die auch ein schauspielerisches Talent im gewissen Sinne haben. Weil sonst wirkt es eben hölzern und eben leider in dem Fall auch manchmal unfreiwillig komisch. Ich bin da ganz deiner Meinung, Benedikt, dass es generell schön ist und zu begrüßen ist, wenn ein Filmemacher sagt, ich mache jetzt einfach mein Ding, ich habe hier mein Projekt, ich investiere da vor allem oder ausschließlich privates Geld rein, weil Filmförderung bekomme ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht bekommen, wie auch immer. Und am Ende entsteht ein Film, das ist erstmal generell toll und ich gehöre auch eher zu der Fraktion, die sagt, es ist um jeden Film besser, dass es ihn gibt, als würde es ihn nicht geben. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, dass es da schon auch gerade im Independent-Bereich, wo man kein oder wenig Geld zur Verfügung hat, dennoch sehr große Unterschiede qualitativ gibt. Und damit meine ich eben nicht die Technik oder die Kamera oder was habe ich jetzt für Darsteller zur Verfügung. Ja, oft sind das ja dann irgendwie Leute aus dem Umkreis und das ist auch total in Ordnung. Und natürlich tut man sich dann, wie du auch schon gesagt hast, Benedikt, keinen Gefallen, wenn man einen sehr dialoglastigen Film hat und man weiß schon, man hat eigentlich keine Darsteller, die das wirklich vortragen können. Da tut man sich natürlich selbst keinen Gefallen. Das meine ich alles gar nicht unbedingt, sondern was möchte man eigentlich aussagen? Ich finde es durchaus gut, man kann einen Slasher machen, man kann einen Drama, man kann eine Komödie machen, ist eigentlich egal in welchem Genre, aber dass doch irgendwie etwas Persönliches, eine Handschrift durchkommt. Und da muss ich leider sagen, das hat mir bei Phonomie ein bisschen gefehlt. Denn wenn ich den Film jetzt auf eine oder sagen wir zwei Botschaften oder was waren jetzt eigentlich wirklich die Inhalte mal abgesehen davon, dass es einfach ein Slasher war, wenn ich das jetzt irgendwo drauf festnageln müsste, dann würde ich sagen, er war durchaus gewaltverherrlichend. Und es wurde viel auf die Toilette gegangen. Man kann das machen, also die Gore-FX-Szene, die waren sehr gut, fand ich, das war eine sehr, sehr gute Make-Up-Szene, da wurde tolle Arbeit geleistet. Und das muss auch sein im Slasher und das muss auch sein im Horror-Genre, dass etwas gezeigt wird, das ist ganz wichtig. Aber, und ich glaube, gerade im Independent-Bereich muss man da eben aufpassen, dass man dann, wenn man dann auch merkt, dass man das gut beherrscht, nicht dann nur darauf zählt und dann irgendwie im Prinzip ja 20 Mal auf die gleiche Art und Weise im Kopf zerhackt wird und irgendwie das Gehirn da rausfließt. Und ich bin da gar nicht prüdet, das ist mir dann doch irgendwie negativ aufgestoßen, das geht ja auch schon los. Und man kann das machen, ja, dass eine, ich spoiler da jetzt mal, dass da gleich zum Filmbeginn, dass da eine Schwangere getötet wird, dann tatsächlich noch, auch wenn man natürlich sieht, ja, das war eine Puppe, in ihrem, ja, aufgeschlitzten, aufgerissenen Bauch, die eine, eine Hand eines Ungeborenen, Arm eines Ungeborenen zu zeigen, das finde ich schon grenzwertig. Und ich möchte da auch kein, 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 kein Apostel sein, aber da muss man sich wirklich fragen, ist das jetzt lustig und wenn ist das lustig, warum ist das lustig? Also ich finde, das ist, das ist schon so ein bisschen, ein bisschen grenzwertig und dementsprechend finde ich es dann schade, wenn dann, als Kurzfilm kann man das machen und wenn das Ganze auch ein bisschen gestraft wäre, aber wenn es dann, sagen wir mal, immer wieder kommt, dann wird es auch sehr schnell ermüdend und ist dann eigentlich ein bisschen schade, wenn dann eben doch so viel Zeit und Arbeit und persönliche Energie in, äh, eigentlich ein Endprodukt mündet, was doch irgendwie immer wieder mehr von dem Gleichen zeigt, anstelle dann nochmal irgendwie einen zusätzlichen Aspekt, ähm, aufzuzeigen. Also ich würde mich jetzt in den positiven Dingen wiederholen und euch dann nochmal beipflichten, ähm, stoße ich gleich noch was Neues an bei den, also für mich ist es immer so, also entweder verzerrt durch das Gesamtbild oder es ist halt so, dass eigentlich, die können sich mit ihrem gut gemachten Splatter-Effekt so viel Mühe geben, wie sie wollen, wenn das Drumherum in einer gewissen Weise recht einfach gehalten bleibt oder amateurhaft, wird der Film dich nie berühren. Was wahrscheinlich aber in Anbetracht deiner Worte, Leo, noch viel schlimmer wäre, weil dann wäre ja, dann würde man ja drüber nachdenken, was da geschieht, dass da gerade eine Schwangere umgebracht wurde, aus welchen Grund auch immer. Hinten raus versucht man das ja noch sehr konstruiert darzulegen, wie jetzt die Geschichte war, also es war jetzt nicht so, dass da einer jetzt wahllos, äh, Leute umbringt, sondern das hat ja durchaus eine Story folgend, die am Ende fast zu, ähm, kompliziert war für das Genre eigentlich, weil am Ende hat dann doch niemand was drauf gegeben. Deswegen fand ich jetzt so die Effekte so auf Bad-Taste-Niveau, hat mich immer dran erinnert und natürlich auch weit weg von Filmen, wo sie mich, ähm, wirklich mitnehmen und ich bin ja auch kein Freund, hat mir jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich auch schon öfter rausgehört von so ganz krassen, zeigfreudigen Sachen, aber bei da stört's mich in dem Sinne nicht, weil das halt so unrealistisch ist letztendlich, das ganze Prozedere, zum Glück vielleicht auch, ähm, man macht sich immer so ein bisschen Sorgen, finde ich, dass wenn man sehr viel schlechtes deutsches Privatfernsehen guckt, diese Scripted-Reality-Shows, wo Leute vermeintlich in ihrem ganz normalen Alltag gefilmt werden und dann trotzdem natürlich auch Drehbücher in den Mund gelegt bekommen, das ist ungefähr schauspielerisch auf dem gleichen Niveau. Wenn man aber das als normales Fernsehen hält und jetzt so einen Film guckt, könnte man jetzt im Gegensatz zu uns vielleicht sagen, denken, das war jetzt gar nicht so schlecht, weil das sehe ich ja immer und das ist ja total realistisch, ähm, das, was ich dann schade fände, weil weder das Leben ist so, noch ein richtig, äh, guter Film mit einem guten Drehbuch ist so und hier zeigt sich natürlich auch immer wieder das Problem des deutschen Genre-Films und man sollte jetzt nicht an dem Beispiel diese Diskussion fortführen, warum es da keine Förderung gibt und warum das so ein gescholtenes Kind ist und gar nicht so wertgeschätzt wird, weil halt viel zu viel auch in die Effekte reingesetzt wird, weil es ein gewisses Publikum auch verlangt, anstatt ein bisschen Geld zu investieren und mal jemanden auch zu fragen, kannst du denn ein halbwegs vernünftiges Drehbuch mal schreiben, ne, die, die Schauspieler werden deswegen immer noch nicht besser, aber schon das, was da gesagt wird und so, das fände ich halt gut und was ich am Ende noch anmerken wollte, der Film ist natürlich sehr für Fans, nicht nur Fans von Gewalt an sich, sondern auch auf der Meta-Ebene, die spielen, da merkt man halt auch, ähm, dass da ganz viel Scream drin war in vielen Ecken und Enden, die zitieren ganz viel, die reden über Filme, die sagen, die Regeln des Horrors, um sie im nächsten Moment direkt wieder zu brechen, was man machen sollte, was nicht, also manchmal ist da schon viele unfreiwillige Komik drin, aber auch manchmal ein paar komische Elemente, ich fand den halt auch in den ersten 20 Minuten relativ gut, weil da, 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 da kommt man erstmal so rein und dann hat man noch diesen, du hast gesagt, Benedikt, diesen noch speziellen, sächsisch-meißnerischen Akzent der meisten Darsteller, das hat einen gewissen Charme, wird aber immer verhindern, dass, äh, so ein Film als, was richtig Hochwertiges wahrgenommen wird, leider, oder Gewohnheitssache, aber das, und auch die Splatter-Szenen, so gut sie gemacht sind, so professionelle Leute wieder dran waren, das ermüdet halt, und da kann ich nur sagen, gut, dass der Film hier nur 90 Minuten ging, der Fehler wird ja auch gerne mal gemacht, dass dann so ein Film, der über drei Jahre entstand, an 48 Drehtagen, aber halt immer im Wochenendarbeit, wie er sagte, dass der dann ja auch gerne mal zwei Stunden geht und hätte auch noch zehn Minuten kürzer sein können, aber man übertreibt's hier nicht und findet zumindest das Maß, also der ist immer allen Ehren wert, das so zu machen, aber ich wünschte mir, dass dann halt der, der, der Schwerpunkt anders verlegt wird, aber da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen und der Film wird trotzdem sein Publikum finden und gefunden haben, aber das ist dann halt ein anderes, als wir, das in der Runde sind, aber trotzdem viel Erfolg für das weitere Filmische schaffen. Und da werde ich auch mit Interesse noch dranbleiben, was da noch kommen wird, wir sind auch immer gerne bei Deepit Radio natürlich interessiert und bereit zu berichten oder vielleicht auch mal am Set aufzutauchen, das ist ja, machen wir auch mal gerne. Ja, das hat er noch gar nicht gesagt, er ist immer so bescheiden, aber Benedikt hat sich mal wieder mit einem, mit seinem Namen in die Credits eingeschlichen, weil du eine, das kann man ja auch mal sagen, oder ist das verboten, eine gewisse Gefälligkeit dem Regisseur getan hast, erzähl doch mal kurz zum Abschluss. Äh, ja, es ging eigentlich nur um, um eine Sequenz in dem Film, die tatsächlich nur eine Sekunde dauert und die ihm aber sehr wichtig war, äh, ging es einfach nur um eine Detailaufnahme von, ähm, ja, einem Fahrstuhl, ähm, Fahrstuhlanzeige, äh, auf der, die er gesucht hat, eine spezielle Form und nicht gefunden hat und ich sagte, ja, das, was du suchst, habe ich eigentlich bei mir auf Arbeit, äh, wenn du nichts findest, kommst du halt mal vorbei und dann ist er irgendwann mal auch mal an einem, äh, Wochenende vorbeigekommen, natürlich mit einer Absprache mit, mit meinen Vorgesetzten, äh, und hat dann eben mal, war er fünf Minuten im Haus und hat eben diese Nahaufnahme gemacht und deshalb war ich, äh, unter den Danksagungen mit erwähnt. Ansonsten hatten wir, äh, kreativ an dem, äh, oder weiter an dem Film keine Beteiligung. Also, wir schauen gerne ins Umland, es gibt ja auch noch, äh, demnächst wird im Toten Winkel interessant werden von den Jungs, die auch den Pfadfinder gemacht hatten vor einigen Jahren, da gibt's ja auch noch ein relativ altes Interview bei uns, äh, auch im Programm und ansonsten, äh, ja, Stefan Peschmann in der Szene auf jeden Fall ein bekannter Name durch jetzt seinen mindestens zweiten Film, äh, abendfüllenden Film und, ähm, wir gucken drauf und sind gespannt, was sich im Meißner Umland noch so tut und sagen, äh, für alle Fans des sehr, sehr hartgesottenen, äh, Splatter, Slasher in dieser Richtung, die dürfen da gerne einen Blick riskieren, wenn sie ihn denn dann in irgendeiner Form zu sehen bekommen, denn wie gesagt, momentan, nach meinem Wissens, das war eben jetzt eine Veranstaltung, ähm, und, äh, die DVDs sind im Moment eben noch nicht erhältlich, aber es wird wahrscheinlich dann nochmal was geben, direkt bei ihm, also, Phonomanie 2019, ein Stealth-Slasher. Sie sind schon ganz nah, vor den Toren der Stadt. Dort, wo sich niemand gern aufhält, vor allem nicht, wenn es dunkel wird. Bevor man etwas sieht, sind sie überall. Und wenn du weißt, was geschieht, irgendwas brodelt dort, ist es zu spät. Du darfst da nicht runter! Nein! Kabal, die Brut der Nacht. Horror, wie ihn noch kein menschliches Auge sah. Hallo, liebe Menschen. Der Tobi und ich haben uns einen Film angeguckt und, äh, mich, den Stefan, habt ihr in letzter Zeit, äh, sporadisch, um nicht zu sagen, selten gehört. Die Hintergründe sind jetzt egal, wo viel zu tun. Und jetzt haben wir uns quasi im neu eingerichteten Wohnzimmer meinerseits, tagsüber so weit dunkel gemacht, dass wir diesen kommenden Film, der sehr düster ist, halbwegs gut anschauen konnten. Also wir haben es einigermaßen dunkel bekommen mit Nägeln und Gardinen und konnten sogar noch eine Box anschließen, dass es zumindest in 3.1 Surround lief. Was haben wir uns denn schönes angeguckt, Tobi? Ich zum ersten Mal, du zum fünften Mal? Gefühlt, ja. Also auf VHS habe ich den wahrscheinlich sehr oft gesehen. Dann jetzt zum ersten Mal den Directors Cut. Und wir verraten immer noch nicht, welcher Film das ist. Aber ich sehe das ja in der Titelbeschreibung. Die Leute sind schon voll genervt gerade. Ja, und dann halt diesen super Fan-Cut. Wir reden natürlich von Nightbreed. Clive Barkers Nightbreed. Kabal, Brut der Nacht war der deutsche Titel. Und Directors Cut war jetzt auf jeden Fall eine neue Erfahrung, muss man jetzt wirklich mal so sagen. Den Kabal-Cut kann ich ja in keinster Weise empfehlen, aber dazu kommen wir ja noch. Und die Kinofassung, die natürlich Cut ist und wo wahrscheinlich Clive Barker das Herz gebrochen ist, anhand der vielen Sachen, die rausgefallen sind, Studio-Entscheidung halt, gefällt mir trotzdem. Weil der halt schön straff ist. Clive Barker kennen wir ja erstmal von Hellraiser und von anderen Sachen. Da kennst du dich besser aus, die er auch als Autor verfasst hat. Zum Beispiel Candyman, hast du mir vorhin auch nochmal erklärt, ist ja auch eher der Autor der Geschichte. Ja, und diesen Directors Cut haben wir jetzt von der Arrow, von der gelieferten Arrow-Box, die haben wir uns beide bestellt, gesehen. Das war ein Remaster von Shout Factory und ein gewisser Mark Miller, den sieht man auch in der Einführung mit Clive Barker, fünf Minuten, wo du auch gesagt hast, man merkt, da hat der Regisseur mit der Hinterlassenschaft und auch mit dem Umgang seines Films jetzt hier Nightbreed seinen Frieden gemacht. Da hat man also nochmal Leute gefunden, die den würdevoll restauriert haben. Und dieser Kabal-Cut, da wirst du ja noch was dazu sagen, war ja so ein Frankenstein-Cut, auch aus VHS-Schnipseln. Und das war jetzt wirklich eine Full-HD-Präsentation vom Negativ. Super restauriert erstmal, also für mich war es das erste Mal, den Film so gesehen zu haben, war schön, gleich so im vernünftigen Directors Cut. Gucke ich mir die Kinofassung nochmal an, um den Unterschied nochmal genauer zu eruieren. Aber in dem Intro hat er eben gesagt, Filmunterschied schon mal von der Kinofassung zu jetzt. Auch wenn die Zeitdifferenz 20 Minuten sind, sind 45 Minuten Unterschied an Film, wo halt in der Kinofassung manches mehr und anders war und hier mehr vom ursprünglich Intendierten wohl eingefügt wurde. Kurz zur Story, ich fasse mal als Laie zusammen. Die Hauptfigur, ein Mensch, kommt in Berührung mit der Nightbreed, mit der Brut der Nacht und wird selber zu einer. Steht am Anfang scheinbar unter psychotischer Behandlung eines gewissen Dr. Philip K. Decker, jetzt sage ich es richtig. Ja, gespielt von David Cronenberg in einer richtigen, sage ich mal, langen Nebenrolle, also eigentlich eine Hauptrolle, war auch sehr interessant für mich. Ich kenne ihn ja nur aus Kurzkameos und Auftritten. Bei John Landis, Kopf über die Nacht zum Beispiel, egal. Und ja, und dann tauchen wir eigentlich ziemlich gut ein in diese Welt, dieser Nachtbrut. Und da merkt man dieses Gespür von Clive Barker für dieses Kreatürliche, dieses Fantastische, den Zuschauer richtig in so eine eigene Welt reinzubringen, jenseits der menschlichen Normen. Und man merkt auch hier relativ schnell, ähnlich wie du angesprochen hast, bei Del Toro, der das auch gern macht, dass eigentlich die Menschen so ein bisschen die Dämonen und die Bösen sind, die Gegner. Ja, und hier die Nightbreed eigentlich. Es geht um die Welt der Brutternacht, um deren Präsenz und deren Bedeutung in der Welt, in der Unterwelt und wie die eben dargestellt sind. Und sie sind mit sehr viel Liebe und Hinwendung zur Gestaltung dargestellt. Nimmt sich sehr viel Zeit. Genau. Aber du kannst ja jetzt mehr auch zu den Unterschieden und zur Bedeutung erklären. Naja, also wie gesagt, die Kinofassung, die ging ja damals 101 Minuten. Der Director's Cut direkt 20 Minuten länger, also 121. Und der Kabal Cut von Sarah Film 145 Minuten. Und in der Introduction jetzt zur Director's Cut werden ja auch mal Bilder gezeigt vom Kabal Cut und dass das eine Katastrophe ist. Also die haben ja wirklich aus Restschnipseln, die einfach reingesetzt, zum Teil VHS-Scans genommen, die großgezogen, also reingezoomt im Bild. Also es wurde dann noch schlechter als VHS und das ist unguckbar. Der mag zwar jetzt da alles drin sein, was irgendwie mal gedreht wurde, gefühlt. Aber das kann nie die wahre Marie sein, weil ich will ein gutes Bild haben, ich will einen guten Ton haben. Da hat ja nichts geklappt. Doug Bradley, der hat sich ja auch selbst nochmal komplett neu synchronisiert, weil der mit einzelnen Textparts nicht zufrieden war. Das fehlt ja alles in dem Kabal Cut. Also zum Teil ist richtig schlechter Ton, schlechtes Bild. Also so ein Workprint eigentlich. Ja, kann ich schon fast sagen, wirklich ein Workprint. Also wer mal sowas kennt wie den Kregel-Cut hier von Dawn of the Dead, der weiß, was ich meine. Aber halt noch wesentlich schlimmer. Also da ist ja der Kregel-Cut dagegen, sieht ja ein Bombenbild dagegen. Also das ist schon wirklich so einer der Unterschiede. Der andere ist halt natürlich, in der Timeline funktioniert der Film zur Kinofassung gleich. Der ist halt ein kleines bisschen umgeschnitten. Es sind natürlich andere Sachen halt reingenommen und rausgenommen worden. Medien wird wesentlich stärker beleuchtet. Was ist Medien, müssen wir jetzt erklären? Das ist die Welt, in der die Bruder Nacht lebt. Also diese, genau. Gott ist ein Astronaut. Regenbogen gibt es in Oz und die Monster leben in Medien, wie so schön gesagt wird. Ja, und da wird wesentlich mehr Fokus drauf gelegt, auf die Bewohner, Masken, Kreaturen. Das ist halt das Wichtige. Das ist auch Gleif Barker, glaube ich, wichtiger gewesen als das Ganze drumherum. Angeblich stand halt so da in der Beschreibung, dass halt zur Persona Decker, dass die zurückgenommen wurde gegenüber der Kinofassung. Kann ich gerade nicht so ausmachen. Der hat schon ziemlich viel Screentime bekommen. Ich hätte es fast gesagt, das ist gleichauf mit der Kinofassung. Man kann natürlich auf jeden Fall dazu sagen, dass halt Boone, der Hauptdarsteller und seine Laurie, deren Verhältnis besser dargestellt wird, besser rausgestellt wird. Vor allem gegenüber dem Buch, weil dort sehr unterkühlt die ganze Beziehung eigentlich dargestellt wird, im Gegensatz zum Film. Wo man halt aber eben sagen muss, dass halt Laurie doch gefühlt bei mir die größeren Sympathiewerte hat als Boone. Boone ist ja, wirkt wie so ein spätpuppertärer Rocktyp. Also wie man es halt so bei Lost Boys hat oder bei den Hauptdarsteller von The Blob. Wir hatten das vorhin genau, er wirkt auch wie der, damals in der Twin Peaks Serie, wo er noch jünger war, jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein, der Hauptdarsteller, der auch in Laura verliebt war, dieser Junge. Oder in ein bisschen eine glattere und ästhetischere Variante von Roddy Piper. Also so ein bisschen auftrainiert, schon noch Mucki, also ein 80er-Muckiboden, auch so noch so eine Matte, also filmproduziert 89, erschien 90, hat schon noch viel von diesem 80er-Jahre-Flair mit drin. Also man merkt schon noch die 80er-Einflüsse, genau. Aber wie du gesagt hast, es ist fast ein Liebesfilm. Er beginnt mit den beiden und hört auch schön mit den beiden auf, auch mit dem Gemälde, wie sie dann als Einheit dargestellt werden. Das ist ein Märchenfilm. Das ist ein Märchenfilm, das hattest du auch im Film zweimal gesagt, genau. Es gibt eine Sequenz, da hattest du gesagt, das war ein bisschen witzig, die fällt komplett raus. Da haben sie irgendwie Susi Quattro verpflichtet und bezahlt, dass sie diesen Song für diesen Film singt, der auch im Abspannnummer zu hören ist, der überhaupt nicht dazu passt. Also den schönen Score von Danny Elfman, der wunderbar zu diesem kreatürlichen immer passt. Und dann gibt es diese Sequenz, wo sie Playback quasi Susi Quattro singt und in voller Länge irgendwie. Also es gab hier auch in diesem Director's Cut, vielleicht war das eine Kinofassung genauso, gab es schon ein paar Stellen, ein, zwei, die hätten sie nochmal um zwei Minuten kürzen können. Es wirkt halt seltsam. In der Gesamtbetrachtung auf die Figur Laurie ist es aber ein Teil, der sie quasi ausmacht oder halt umschreibt. Und schreibt, Boone zieht es nach Midian, aber nie, weil er will, sondern weil er muss. Und Laurie zieht es nach Midian, in Anführungsstrichen, zum einen wegen Boone, weil sie ihn bedingungslos liebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und alles tut und macht für ihn und aber im Gegensatz zu Boone auf die Wesen, die sie trifft, ganz gefühlvoll rangeht und nie irgendwie erschrocken ist, sondern halt die auf Augenhöhe. Also einfach, das sind für sie ganz normale Menschen wie du und ich. Die sehen halt ein bisschen anders aus, aber sie hat halt keine Berührungsängste, sondern sie fühlt sich eigentlich dorthin gezogen, weil sie sich dort eigentlich wohlfühlt, weil sie singt ja auch in dem Song, You're My Caveman. Sie will ins Dunkel, sie hat halt Triebe oder Erwartungen oder Gefühle, die halt schon in ihr wohnen und sie will eigentlich vom Herzen her dorthin und Boone muss vom Kopf her dorthin. Ja, genau. Boone, er hat diese Verpflichtung, dieses Schicksal, dieses Destiny, wie man so schön sagt. Er muss das erfüllen, weil er eben verwandelt wurde und jetzt zu ihm zählt. Und sie hat aber auch ein einschneidendes Erlebnis am Anfang, weil sie die Tochter von einer, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, Kreaturen-Mama aus der Nachtboot rettet, weil sie die von draußen, da sieht es aus, haben wir gesagt, wie so eine Variante von der Fliege, in vollendeter Form, klein, kauernd am Boden, mitleidig. Und sie trägt sie nach innen in die Wohnung und dann bezeugt sie diese Verwandlung zur menschlichen Gestalt hin. Also sie hat ein einschneidendes Erlebnis. Sie erschrickt schon am Anfang, weil sie diese Welt betritt, weil sie nicht weiß, was erwartet sie dort. Hat aber gleich diese Erfahrung, also dieses Bewusstsein, das sind Wesen, wie du sagst, Menschen wie du und ich im weitesten Sinne, aber Wesen mit Gefühlen. Sie geht da empathisch ran, genau. Und deswegen fügt sie sich da gut in diese Welt mit ein. Ja, und dann vielleicht noch kurz zu der Figur Decker, alias, jetzt muss ich überlegen, hat er auch einen zweiten Namen? Nee, der wird nicht genannt. Aber wir haben immer gesagt, der sieht aus wie Scarecrow. Eine sehr ikonische Figur mit dieser Strumpfmaske und diesem Säbel. Achtung, Spoiler. Der dann gespielt wird von dem Philip K. Decker, David Cronenberg, der eigentlich der Arzt ist, der aber ein zwielichtiges Spiel spielt und der wahre Mörder ist und alle massakriert. Und ihm eigentlich am Anfang erklärt, du bist der Mörder durch Psychoanalyse oder Psychomethoden. Ja, eine wahnsinnig aktive Rolle von Cronenberg auch und auch eine Rolle, vor der man richtig Angst kriegt. Und genau, der ist quasi so das selbsterwählte Monster. Er will eigentlich töten. Er sagt, I'm death, pure and simple. Und will quasi die Rasse der Nightbreed auslöschen. Also er ist eigentlich am Anfang undurchsichtig, mysteriös und dann richtig fies, gemein und absolut böse. Da passt dieses Spiel von Cronenberg, dieses kühle, zurückhaltende, perfekt rein. Er ist ja letztendlich ein Nachfahrer, was halt nicht so rauskommt. Er ist halt ein Nachfahrer von Inquisitoren. Und er führt das Werk fort, worum sich die Nightbreed versteckt hat. Er sucht sie schon seit vielen Jahrzehnten und Jahren und durch Buen und durch seine Träume, weil er in Connection steht, in seinen Träumen mit der Bevölkerung in Midian, sieht er seine Chance, dorthin zu gelangen. Und das aber halt eben nicht so funktioniert, wie er sich's halt vorstellt, weil dann halt gewisse Konsequenzen dran gekoppelt sind, dass man halt eben sein Leben ausblasen muss, um dorthin zu gelangen. Und man muss halt sündenbeladen sein, was Cronenberg ist in dem Falle, reichlich. Mehr als Buen, der ja eigentlich unschuldig dort rein gerät, aber vom Kopf her denkt, dass er halt Morde begangen hat. Und Buen übernimmt, das sind dann die Parallelen, wenn man dann ins Religiöse reingeht. Er übernimmt dann die... Die Rolle des Erlösers so ein bisschen, ne? Des Täufers, genau. Ja, er verliert seinen Kopf. Er muss den Kopf hinhalten dafür. Also ihr merkt schon, eine ziemlich mythisch aufgeladene Welt, die Barker da auch entwirft mit Nightbreed. Und ja, auch ein Film, der erstens teilweise zensiert, zerstückelt. Wir haben den jetzt gesehen, ungekürzt, der ist in England ab 15 freigegeben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der, ich weiß nicht, ob er mittlerweile schon rehabilitiert ist oder bald wird. Also FSK 18 frei kann da auf jeden Fall gemacht werden. Der ist jetzt nicht so hart wie andere Sachen, die schon rehabilitiert worden sind. Aber sensationelle Maskeneffekte und, würde ich sagen, definitiv zum Kern des Hauptwerks zu zählen, filmisch von Barker 1990 mit der ganzen Ausstattung, wie das gemacht ist. Diese Ernsthaftigkeit wird nur in einem dritten Akt ein bisschen gebrochen, wo wir uns auch angeguckt haben, wo wir schon gemutmaßt haben, da hat jetzt der Second-Unit-Director mal für ein paar Tage lang zwangsläufig irgendwie die Aktion übernommen. Das ist so eine Invasionssequenz, wo dann eben die Polizei der örtlichen Stadt in 50er-Jahre-Manier dort diesen Friedhof invasiert, eindringt und dort so Krieg spielt. Und hast du gesagt, das sieht aus wie aus den 50er-Jahre-Invasionsfilmen, die Body Snatchers und so voll aus der Zeit gefallen. Ja, halt auch komplett, was die Kostümierung der Cops angeht oder der Körnel. Also es ist wirklich, es gibt dann im vorletzten Teil, wird alles cartoonesk, komplett überspannt, der Bogen. Und der Körnel wirkt wie eine Karikatur aus einem Cartoon, also mit einer Zigarre im Mundwinkel, wo man sagt, das hat man doch schon mal irgendwo anders gesehen. Und dann überlegt und überlegt und überlegt. Ja, laute, plakative Sprüche, aber nur für ein paar Minuten. Das sind so, ich will jetzt mal sagen, fünf bis sieben Minuten. Da bricht der Film nicht komplett, aber es gibt so einen Knick, wo man sich so sagt, das ist jetzt irgendwie gerade komisch. Es wirkt wie ein fremder Teil. Als ob wirklich jemand, Glyph Barker, ist kurz Wochenendurlaub und das Studio hat schnell gesagt, komm schnell hin, wir müssen irgendwie eine Action-Szene machen, wir müssen den Film irgendwie verkaufen. Die Sequenz ist ja für die Erzählung wichtig zu sehen, dass die Menschen, die ja bösartig gestimmt sind, diesen Bereich infiltrieren, diesen Friedhof und diese Raster der Nightbreeds auslöschen wollen. Das ist ja in der Erzählung schon elementar. Aber wie das eben dargestellt wird, wirkt halbernd, springt hin und her. Es hat nicht diese Ernsthaftigkeit, die der Film sonst hat. Tja, genau, du sprachst, es gibt eventuell auch eine Neuadaption demnächst in Serienform. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da hatten wir schon ein, zwei Ideen, wo man das zeitloser machen könnte, dass man zum Beispiel sowas weglässt und das einfach diesen klassischen, düsteren Touch durchzieht. Tobi holt noch ein Magazin raus. Ja, genau, und zwar die Fangoria von 1990. Oh, Robocop, oh. Und das war ja ein Special. Ich hole jetzt hier ein paar richtige Dinge raus. Und da gibt es, das ist ein reines Masken- und Special-Make-up. Und da gibt es natürlich auch ein Nightbreeds-Special zum Thema, warum man natürlich ausgerechnet Doug Bradley genommen hat als Posterboy. Ja gut, den kannten die Leute von Hellraiser. Aber richtiges Special. Da gibt es dann halt, genau, und da gibt es halt noch mit Bob Keen, der dafür verantwortlich war, für das Make-up-Department, um das Ganze zu leiten. Schon sehr interessant, wie da gearbeitet wurde. Barker, der dort halt natürlich seine ganzen Entwürfe mit reingepattet hat. Aber viele Sachen konnten halt eben nicht umgesetzt werden. Das muss man eben noch dazu sagen. Und da musste man dann Abstriche machen. Viele Sachen haben es in die Kinofassung nicht geschafft. Warum auch immer. Also gerade speziell zum Beispiel die Stop-Motion-Effekte, die sahen ja super aus. Da hat man ein paar entdeckt. Genau, bevor du noch eine weitere Quelle rausziehst. Das ist hier ein Interview drin, eben der Fangoria. Und einen Satz finde ich ja sehr beschreibend. Also sie fragen erst mal, ihm geht es gut. Er sagt, er arbeitet am neuen Buch und er entdeckt, dass Nightbreed viele Fans hat, was ihn freut. Aber er sagt, hier übersetzt, dass Nightbreed ein schwieriger Film ist, von seiner Art her, weil er passt in keine Kategorie. Und dieses Resultat war Verwirrung unter den Zuschauern und jetzt auch nicht diese super Einspielergebnisse. Also es war definitiv ein Flop, so wie ich das hier raushöre. Und vielleicht in der Darstellung, wo du auch am Anfang mich da kurz gebrieft hast, dass die Dämonen eigentlich die Helden sind, dass das eben verstörend war, dass die Leute da wenig damit anfangen konnten. Ja, du hattest ja letztendlich so richtige Antagonisten, hattest du ja bis dato nicht so richtig im Kino, also Anti-Helden, du hattest Darkman, Sam Raimi, du hattest einen Batman vielleicht noch im Kino gehabt, was quasi ja eigentlich nie auf der Seite des Gesetzes ist, also quasi daneben läuft. Ja, aber der Tim Burton Batman in der Zeit war ja ein Popkulturheld, also es war definitiv ein Held. Ja, aber es ist halt, es war halt nicht üblich. Mir fällt noch Near Dark ein von Catherine Bigelow, der auch ein sehr guter Film ist, wo eigentlich die Vampire ja die Protagonisten sind, Entschuldigung, genau. Aber jetzt zum Buch. Aber worauf ich nochmal hinaus wollte, genau, gewisse Sachen konnten einfach nicht umgesetzt werden, effektmäßig, weil einfach das Budget das nicht herkommt, oder zum einen halt die Technik. Da gab es ja dann auch andere populäre Beispiele, zum Beispiel in der Filmgeschichte, wie Artificial Intelligence, der halt jahrelang nicht umgesetzt werden konnte durch Stanley Cuprick und dann halt Speedbook übernommen hat, weil halt die Tricktechnik damals noch nicht so weit war, das halt so darzustellen. Und da gibt es halt eine Szene, wo halt zum Beispiel Laurie auf Baffer Homie, das ist der Gott, der Nightbreed, trifft und es wird im Buch wie folgt beschrieben. Ihr Blick folgte seinem in ein Zimmer mit Wänden aus gefrorener Erde und einem ebensolchen Boden. Letzterer war von einer Ecke zur anderen aufgeplatzt. Aus dem Riss stieg eine Feuersäule empor, die vier bis fünfmal so groß wie ein Mensch war. Aber es ging bittere Kälte von ihr aus, keine Hitze, und in ihrem Herzen war kein anheimelndes Flackern. Stattdessen wirbelte sein Innerstes in sich selbst und trug und drehte eine Last, die sie zuerst nicht erkannte, die ihr ekelerfüllter Blick aber rasch interpretierte. In dem Feuer war ein Körper in einzelnen Gliedmaßen zerstört, so menschlich, dass sie ihn als Fleisch erkannte, aber eben nicht mehr als das. Wahrscheinlich Baphomets Thun eine in einem Eindringling auferlegte Strafe. Das kannst du heutzutage wahrscheinlich mit CGI umsetzen. Damals halt natürlich nicht. Er wirkt halt relativ stark. Er ist gut gemacht, muss man einfach sagen. Also ich habe jetzt erst das Buch relativ spät für mich entdeckt, dann lange auf meiner List. Was hier Clive Barker macht, ist eine Sache, die hat er mit Hellraiser schon begonnen, diese Multiversen halt aufzumachen. Wobei ich halt sagen muss, dass Nightbreed mir näher am Herzen liegt, mehr am Herzen liegt als ein Hellraiser. Erstaunlicherweise, es war früher natürlich völlig anders. Ich fand Hellraiser 2 Hellbounder super. Natürlich wegen der Optik und der ganzen Tricks und so weiter, die da unmasken. Letztendlich, wenn man das jetzt aber guckt, Nightbreed, das ist halt die dunklere, düstere Variante einer Addams Family. Das spiegelt sich dann auch in allem irgendwie wieder. Also die ganzen Matte-Paintings, die da drin Verwendung fanden. Also das ist ja, der Film ist Handwerk. Komplett von vorne bis hin zu richtigen Pyros. Also Benedikt, wenn du das hörst, guck dir den Film nochmal an. Da siehst du richtige Explosionen und da siehst du brennende Cop-Autos, wo immer noch der Funk funktioniert. Das war auch, ja. Ja, aber es ist handwerklich wirklich, wird Betonung draufgelegt. Genau, und du hast halt, Hellraiser hat es halt, ist halt irgendwann mal auserzählt und zwar spätestens mit dem zweiten Teil, vielleicht noch mit dem dritten, mit dem Hell on Earth. Und man könnte fast sagen, Nightbreed mit seinen Geschöpfen, Baphomet als quasi Religion und Medien als Ort des Geschehens, bietet halt wirklich mehr Substanz als Hellraiser, die Zenubiten, Leviathan als dunkler Gebiet der schwarzer Künste und die Hölle als solches. Das hat er ja dann weitergeführt, Barker, dann später mit, also mit dieser Anderswelt und Parallelgesellschaften der Ausgeschlossenen in seiner Apparat-Reihe, die, wo bis jetzt erst drei Bücher erschienen sind, äh, von 2002 bis 2011 über Heine und Torture so, es war genau so ein Ding, was dann, äh, auf Hellraiser aufbaut. Man merkt, dass er den Drang verspürt, die ausgeschlossenen Brownings, Freaks sozusagen ans Licht zu holen und den, und den Menschen zu zeigen, so, die sind genauso wie ihr, bloß, weil sie halt fünf Augen haben oder sechs Beine, ja, ist halt so. Ja, ne, diese Faszination an diesem Kreatürlichen, wie gesagt, das, äh, hat man am Anfang schon, Del Toro macht das ähnlich. Hier ist noch ein guter Satz aus Deiner Fangoria, übersetzt sagt er, ich wollte einen Film machen, der diese, dieses Monster, diese Monsterleben zelebriert. Ähm, äh, a Movie, das kann ich jetzt nicht übersetzen, that was a Bosch canvas come to life, die Metapher müssen wir nochmal überlegen. Ähm, er wollte keinen Film machen, der rational ist und, und, äh, logisch und, äh, sagt das Studio, anstatt ihm zu vertrauen, mit, mit seiner Vision, haben sie ihn auch in diesem Poster, das gibt's, glaube ich, auch im Wendecover, äh, das wird hier angesprochen, äh, wollten sie als was verkaufen, was der Film eigentlich nicht ist, ne, weil sie, sie, sie konnten mit dem Film nichts anfangen, das war für sie genau so ein Fremdkörper. Also, er war da schon sehr mutig, kann man jetzt rückblickend heute sagen, auch mit diesem Director's Cut, den wir gesehen haben, trotzdem noch wunderbar, wunderschön, dass es den Film gibt überhaupt, dass, dass er jetzt wiederentdeckt werden kann und dass, das Studio ihn damals nie irgendwie komplett gecancelt hat. Ich glaube, er hatte ja schon einen großen Kult mit Hellraiser und auch einen Erfolg mit seinen Büchern, er war, äh, oder ist ein erfolgreicher Autor, also hat man ihm trotzdem noch genug vertraut zu sagen, du kannst deinen Film ins Kino bringen, auch mit Abstrichen. Hier steht übrigens drin, zwölf Millionen hat er gekostet, genau das hab ich ungefähr getippt. Also, er ist nicht komplett low budget, aber für die damalige Zeit hat er schon ordentlich Geld gekostet. Ja, also wie gesagt, ähm, wir reden hier von Nightbreed, wir reden von Religion, Mythologie, Fremdartigkeit, Sexualität ist ein ganz wichtiger Punkt, das hat aber, das findet man ja immer in Barkers Werk. Nightbreed soll halt nächstes Jahr rein theoretisch irgendwie als Serie, zumindest ist es angekündigt, schon seit 2018. Das Hellraiser Remake steht auch bevor, das Drehbuch schreibt wohl David S. Goyer mit Barker zusammen und Candyman 2020 ist in der Postproduktion. Für das Drehbuch ist Jordan Peele verantwortlich und auf dem Regiestuhl die noch recht unbeleckte Nia da Costa, die da Platz nehmen wird und Tony Todd ist auch mit dabei im Remake, was ich natürlich sehr begrüße, was wahrscheinlich aber auch Jordan Peele am Herzen lag, den da reinzubringen. Nightbreed hat mehr Fleisch als Hellraiser, er kann wirklich gutes Potenzial für eine Serie bieten, eine gute Mischung aus erwachsenes Märchen, ein bisschen Hellboy, ein bisschen Del Toro drin, viel Mystic und, ja, ein bisschen Addams Family. Also, die Kreatoren gehen ihnen schon ein bisschen zu Herzen, sind ein bisschen ruppig, sind ein bisschen roh, aber so ist es ja in jeder Familie. Also, mir liegt da wirklich viel am Herzen und ich werde auch nochmal die Kinofassung mir anschauen. Wer noch mehr von Clive Barker sehen möchte, da ist ja auch letztes Jahr das schöne Mediabook Lord of Illusions erschienen, ein Film, den er später gemacht hat, 96, 97 rum, von Cape Light. Der ist, glaube ich, mittlerweile auch verkauft, aber den solltet ihr euch auch nochmal ungeschnitten holen, der wurde auch schön restauriert. Und zu unserer Arrowbox noch ganz kurz, die hat eben gesagt, zwei Blu-Rays, die Kinofassung und diesen restaurierten Director's Cut auf einer Disc und einen Haufen Bonusmaterial auf der zweiten. Ja, nicht in allen Einzelheiten sagen, was da drauf ist, aber es ist viel. Also, es wurden neue Interviews aufgenommen, diese Einführung mit Mark Miller und Clive Barker. Man merkt also, was für ein Aufwand unternommen wurde, den Film wieder auf Home Media rauszubringen. Viele Dokus, ein 40-seitiges Booklet von Amy Simmons, von der habe ich auch schon mal was gelesen. Und noch ein Artikel von Clive Barkers, also dem Co-Autor Mark Salisbury von Clive Barkers, Nightbreak, The Making of the Film. Also Leute herangeholt, die wirklich involviert waren, auch in den Herstellungsprozess des Films. Super Bild, super Ton. Wir haben es uns zu empfehlen. 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 Wir haben es uns zu empfehlen.